Show. Hello, hello, hello. Läuft denn auch alles? Musik ist da. Mikrofon ist da. System ist da. Das Spiel ist auch da. Nice. So, das heißt, wir könnten eigentlich loslegen. Moment, ich gehe noch eben in den Discord rein. Oh. Ich hoffe, sie registriert das. Ah, hi. Warte, warte. Ich muss noch meine Kopfhörer wieder aufsetzen. So, jetzt kann ich dich auch hören. Hi, also ich habe erst gestartet und dann deine Nachricht gelesen, sonst hätte ich gewartet. Also hast du schon einen Stream angemacht? Ja, ja. Ah, okay, cool. Ja, ich dann jetzt gleich auch. Ich habe garantiert wieder irgendwas vergessen, aber ist mir jetzt egal, das wird dann gleich auffallen. Äh, zocken. Start. Irgendwas habe ich garantiert vergessen. Joa, alles gut. Zockzeichen. Ulti. Äh, äh, äh. Ähm, du hattest ja geschrieben wegen Öl und, und Kunststoff und so, ne? Ja. Ähm. Ich kann gar keine Ölversorgung mal, also keine Stromproduktion durch Öl machen, ohne nebenbei Kunststoff herzustellen. Äh, ja. Das eine resultiert ja aus dem anderen, deswegen, das, das passt schon. Ich habe schon einen Plan aufgeschrieben, deswegen war ich auch gerade, ich habe mir ein Cheat-Game quasi erstellt und, äh, geguckt, wie das funktioniert. Mhm. Und ich habe rumgerechnet und mir aufgeschrieben, was ich wovon brauche und jetzt will ich das Ganze schön bauen. Heißt, ich werde die nächsten zehn Streams nichts anderes machen, als da hinten die Fabrik zu bauen. Okay. Ähm. Bei der Internetseite, äh, Satisfactory Calculator, ne? Mhm. Da bist du doch auch. Ja. Da kannst du auch einen Powerplaner ein, äh, äh, gibt es da. Mhm. Da siehst du dann, was, äh, wie viel du von was brauchst. Mhm. Und, äh, du kannst da auch den Spielstand mit der Karte synchronisieren. Mhm. Und dann, ähm, werden auch die alternativen Rezepte genutzt. Mhm. Genau. Falls du es noch nicht wusstest. Äh, doch. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, gut. Ey, hättest einfach was sagen müssen. War das jetzt dieses sagenumwogenes Mansplaining? Was für ein Ding? Mansplaining? Ach so, nee. Äh, ähm, warum, also in, in diesem Calculator, wenn ich bei Kraftstoffzufuhr da draufklicke, warum kriege ich aus Blütenblättern 100 Megajoule raus? Und aus Treibstoff 0,75 Megajoule? Ähm, weil, äh, was war denn das? Du brauchst weniger Blütenblätter als, äh, den Treibstoff so gesehen. Ach so, ja, okay. Aber Blütenblätter muss ich halt per Hanf haben, also fällt das auch wieder raus. Ich brauch nur für meine Kalkulation drei Energieschneckchen. Die werde ich dir klauen, ob du willst oder nicht. Ja, ich hab auch schon welche missbraucht. Ähm, weil... Die Rohölquelle, die pushe ich dann, dass wir da 1350 Kubikmeter pro Minute an Rohöl rausbekommen. Aber so viel können unsere Rohre noch gar nicht verarbeiten. Das, ähm, ist auch nicht an einem Rohr dran. Ähm, du musst dir das an der Ölquelle, wo ich das aufbauen werde, so vorstellen. Du stellst in die Mitte so einen, äh, Quellenkompressor rein. Und hast dann sechs von diesen Öl... Ah, okay. ...dingern außenrum. Heißt, ich habe sechs Pipes. Ah, okay, gut, gut, gut. Ich war grad so, hä, wie soll denn das funktionieren? Äh, okay, ich muss... Ich will mal eben gucken, äh... Wie viele... Moment, 10.000? Wenn ich bei 40... Äh... 11.000? 44. 11.000. 100.000. Vielleicht. 46.000, scheiße. Okay. Ach ja, noch eine Sache. Ja. Ähm... Wenn wir alle... Forschung im Mem abschließen, ne? Ja. Eine muss frei bleiben. Ja. Damit wir beide zusammen auf dem Server sind. Ja, auf jeden Fall. Sonst kriegen wir das Achievement nicht. Genau. Äh, hallo Team Endercraft. Juchach. Hallo, hallo, hallo. Warum ist meine Kamera eigentlich so tief eingestellt? Weiß ich nicht. Wenn ich da dran rumkoppel, dann geht gleich irgendwas schief. Äh. Ja, mein provisorischer Zettel, das, äh... Ich werd... werd gleich beim Bauen sehr viel ablesen. Also, hinterher haben wir dann 45 Treibstoffgeneratoren, die jeweils 250 Megawatt machen. Nice. Ähm, dann gibt es nur... Ach, das... Ah, du bist online. Okay, super. Hi. Oh, dein Name ist Pink. Oh, nee. Daran bin ich, ich schuld. Oh, nee. Warum Pink? Sogar die Anzeige oben ist Pink. Oh, nee. Nice. Ähm, es gibt einige Sachen, die wir besprechen müssen. Mhm. Also, ähm, so, du bist da, ich bin da. Okay. Follow me. Äh, Sekunde, ich muss ja eben hier noch anpinnen. Ich muss vergessen, das zu tun. So. Follow me. Äh, da. Ja. Guck hier links rein. Ja, das hab ich noch gesehen, die KI-Begrenzer. Genau. Die brauchen wir für... Äh... Die hier. Ach, die intelligenten Splitter. Oh ja, die sind so gut. Die sind so gut. Genau. Aber ich hab die... Hab ich schon verbaut. Hier hinten bei unseren Eisenquellen. Mhm. Ähm, die Fabriken hier unten haben Vorrang. Und dann kommt unsere Fabrik da hinten. Ja. Das gleiche zählt auch für das Katerium, was ich gemacht hab. Mhm. Äh, die Quarzproduktion hattest du schon gesehen? Äh, ja. Die hab ich auch gesehen. Okay. Hattest du noch gesehen, was ich mit der... unserer Energieproduktion gemacht hab? Nein. Okay, dann Follow me. I'm on my way. Mh, 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 mh. Plup. Weil dasselbe müsstest du auch machen. Äh, ich hab... Das hier sind die Netzschalter. Mhm. Damit kannst du ein Netz abtrennen. Was die halt sagen. Der, äh... Notstart ist immer aus. Mhm. Und Kohle ist an. Sollte es mal zum Ausfall kommen und, äh, die Kohlekraftwerke nicht mehr laufen, dann hält ja alles an. Mhm. Dann musst du den hier runterklappen. Mhm. Den Notstrom einschalten. Dann fahren die Kraftwerke wieder hoch. Mhm. Und dann kannst du wieder umschalten. Ah, okay. Ähm, und so würde ich dann das bei dir auch machen, dass du vielleicht die Produktion, äh, von Öl und das, was du dafür brauchst, äh, abtrennst von dem Hauptnetz. Auf jeden Fall. Das macht ultra viel Sinn. So, dass man dann wirklich einfach sagen kann, okay, Notstrom einschalten, fertig. Ja, ich werd das auch so machen. Ich werd als, äh, kleinen Backup noch, äh, also erstmal Energiespeicher natürlich, aber dass ich, äh, zusätzlich in dem Kraftwerk dann noch einen extra Raum habe, wo ich nur zur Not noch, äh, Biomassegeneratoren drinstehen hab, die gerade so dafür ausreichen, um die Ölproduktion, Öl, Stromproduktion, Kickzug starten. Ähm, du könntest auch, äh, okay, wir haben noch keine Ventile, aber es gibt, äh, Ventile, glaub ich, schaltet man dann mit der nächsten frei. Mhm. Äh, da kannst du die, äh, Ölfelder, dann, äh, oder Öltanks kannst du dann volllaufen lassen als Backup-Leitung. Mhm. Machst da ein Ventil rein, sodass das nicht weiterlaufen kann. Und dann bei einem Stromausfall, wo die Kraftwerke zusammenbrechen, könntest du es wieder hochfahren, indem du diese Ventile öffnest. Ja. Weil die sind unabhängig von Strom, aber da wird das Kraftwerk schon mal mit Strom versorgt. Ja. Also, ähm, nur damit du Bescheid weißt, ich habe vor, das richtig fancy aussehen zu lassen, heißt, es wird ultralange dauern, bis wir dann, ne? Zumal ich erstmal... Kein Problem, ich kann ja hier irgendwo anders auch noch eine weitere Stromproduktion machen. Ja. Ähm. Und dann irgendwann brauchen wir das quasi gar nicht mehr, dann können wir auch die ganze, ähm, Stahlproduktion, äh, können wir das auch quasi für die Stahlproduktion hinterher irgendwie verwenden. Ja. Weil ich glaube, wenn wir das dann da hinten aufgebaut haben und das so weit hochgestellt haben, dann haben wir quasi 11,5 Gigawatt erstmal. Sauber. Und noch was anderes, was ich gerne machen würde. Ja. Musstest du hier wieder mit lang? Plupp. Entschuldigung, ich werde dieses Geräusch... Warum bin ich schneller als du? Weiß ich nicht. Weil du vielleicht reingelaufen bist und ich habe mich nur ansaugen lassen. Ja. Äh, ja, ich muss die hier noch anpassen. Ich habe noch eine andere Methodik. Die ist ein bisschen geiler. Mhm. Äh, dafür müssen wir jetzt zum Weltraumlüft laufen. Nein, nein, ich rutsche rückwärts. Hä? Tja. Oh, ich weiß warum. Weil ich in die falsche Richtung geguckt habe. Oh, boy. Äh, was geht? Satisfactory-Suchten, was denn sonst? So, hier vorne ist die... Ist die Katapult-Übertragung. Da musst du hier vorne reinlaufen. Plupp. Das ist dann Katapult. So, und was ich gemacht habe, war noch... Du kannst die... Äh, ich würde gerne jede Fabrik separat schalten. Das heißt, ne? Ähm, weil irgendwann läuft das ja über... Die Bahnschienen und wenn wir dann Stromausfall haben, äh, und wir die Bahnschienen nicht abgetrennt haben, dann verbrauchen unsere Bahnschienen übelst viel Strom. Ja. 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 Ja, und hier werden die Weltraum-Parts dann irgendwann noch zwei Stockwerke obendrauf fertiggestellt. Ja, sehr cool. So, du weißt, was wir jetzt als erstes tun müssen, oder? Ja, ja, rat mal, warum ich zurückreise. Na, Mama, wei. Mio. Savusch. Und das geht auch nicht ohne, ohne Beitöne. Savusch. Ja, ja, klar. Bracht verladen. Da gibt's kein Video? Was? Ne. Ach, ne, bei dir wird noch verladen, okay. Vielleicht kommt das ja gleich. Und doch. Willkommen zur Projekt-Assemblies-Pionier-Progress-Präsentation. Herzlichen Dank, das Phase-2-Projekt-Parts-Shipment ist jetzt bereit für Delivery. Auf Delivery wird Phase-2-Kontakt und der Konstruktion-Dock wird konstruiert. After completion of Phase-2, the technologies of Tiers 5 and 6 will become available in the Hub. These might feel intimidating after your previous experience, but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent. Highlights are, oil production, railway transportation, the jetpack, and many more. Completing Phase-3 of Project Assembly is your next main objective. Just remember to focus on producing and delivering the project parts and fix its faith in you will be strengthened. Okay. Ich bin kein kompletter Idiot. Ich habe das Gefühl, dass die denken, dass wir komplette Idioten sind. Was? Ach, ich weiß auch nicht, wie ich draufkomme. Warte, ich kann dir sagen, wie man draufkommt. Achte mal auf den Ton und trink mal Kaffee. Okay. Okay, hört man gerade nicht. Nice. Auch wie die Wolken dann oben verschwinden. Ja. Es ist einfach rundum gut gemacht. Auf jeden Fall. Oh, sieht das geil aus. Ich will unbedingt wissen, wie die nächsten Phasen aussehen. Mhm. Das habe ich nämlich tatsächlich auch in dem Save-Game, wo ich eben drin war, nicht gemacht. Also den Weltraumlift habe ich nicht aufgebaut. Weil da hätte ich das gesehen, wie das ausschaut. Aber das wäre halt zu hart Spoiler für unnötig gewesen, weil ich brauche den halt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das halt nur gemacht, damit ich rumtesten kann mit der Ölproduktion. Mhm. Genau. Äh, warte, so. Oh. Phase 2 of Project Assembly completed. You have been performing more adequately under pressure and are closer than ever to saving the day. Perhaps you were the right choice for the job. Time will tell. You will now enter Phase 3 of Project Assembly. Continue as you are. Aber du hast dich sehr über den Kriteriumpfad gefreut, oder? Manit. For fix it. Ja. Hihi. Das war mega. Ähm. Ich habe noch ein paar andere Sachen freigeschaltet. Gehabt. Ja. Also hauptsächlich bei Kriterium. Ja. Ja, ja. Aber ich habe noch was anderes entdeckt. Das hole ich mal eben. Also ich bin in deinem Stream bis... Boah, wie weit bin ich gekommen? Anderthalb Stunden oder so. Okay. Aber ich habe halt auch nicht die ganze Zeit geschaut, weil ich noch mit im Garten war und alles. Ja. Äh. Was ist das denn hier? Radartechnologie. Wofür brauchen wir das? Ähm. Ich bin mir nicht sicher, aber damit kann man Sachen anzeigen lassen auf der Karte. Ah ja. Rohstoff, Vorkommen, Geländedaten, Informationen über Flora, Fauna und bemerkenswerte Signalwerte. Da gehe ich mal vom Sam-Ohr oder so mit aus oder von diesem Summer's Loop oder so. Genau. Gehe ich auch gerade aktuell davon aus. Ähm. Wir können auch Turbotreibstoff nehmen, ne? Ja. Ähm. Der produziert nämlich noch mehr Strom. Genau. Oh, scheiße. Da muss ich alles umplanen. Ja, eigentlich musst du planen, wie viele Kraftwerke du haben willst und dann planst du doch, wie viel, äh, Turbotreibstoff du herstellen willst. Ne. Ich muss sagen, wie viel Energie, wie viel Leistung ich haben will. Ah. Und dann sagt er mir, wie viele Kraftwerke ich brauche. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Ding. Wenn ich jetzt hier Turbotreibstoff auswähle und dann auf Calculate gehe. Dann brauche ich immer noch 45, aber warum? Ach so, ja, natürlich brauche ich 45. Ich brauche nur weniger Treibstoff. Warte. Genau. Ich brauche 900 Kubikmeter Treibstoff, aber nur 300 irgendwas Turbotreibstoff. Ja. Da könnte ich dann fast das Dreifache mit rauskriegen. Mhm. Beziehungsweise ich muss halt gucken, wie teuer Turbotreibstoff ist dann daher, ne? Also, ich glaube, das ist dann das Einfachste. Ja, für den Turbotreibstoff brauche ich aber verdichtete Kohle. Obwohl ein Kohle, ne, das passt sogar, weil ich habe da hinten, du hast nur zwei Kohleadern angezapft, richtig? Ähm, fast. Ich habe eine Kohleader vollständig und 30 von der anderen. Das heißt, du hättest noch 210 zur Verfügung. Ja, weil da ist noch eine dritte Kohleader. Mhm. Dann hätte ich 200, 400. Aber guck mal eben. Da wollte ich gestern nicht mehr, da hatte ich auch schon angefangen vorzubereiten. Das wollte ich nur gestern nicht machen, ohne, ohne Stream und so. Ja. Was? Mhm. Oh, Junge, Junge, Junge. Überleg dir mal, wie viele Sphären wir brauchen. Ja. Ich weiß nicht, ob man die auch selbst herstellen kann. Ja. Weil wir haben aktuell eine. Oh, 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 da. So, Raffinerie, Ölpumpe. Das Problem ist. Ja. Ich brauche. Oh, bitte sag mir, dass wir das hier schon freischalten. Ansonsten hat sich gerade meine ganze Planung für heute erledigt. Weil. Ich brauche, ähm. Ich brauche diese Quellverdichter und die Quellförderer. Anders kann ich da hinten die Ölquelle nämlich nicht anzapfen. Anders ist es nicht bei Ölaufbereitung. Ja, aber da gibt es einen awesome Shop. Vielleicht musst du das kaufen. So, dann muss jemand Motoren herstellen. Wie stellt man denn Motoren her? Ich glaube, die kann man auch... Also, für die paar... Also, wir sollten das hinterautomatisieren. Aber jetzt gerade... Kann ich die auch hier dran herstellen. Dafür brauche ich Rotoren und Starttoren. Okay, habe ich beides im Inventar. Ich könnte das eben fertig machen. Das wäre super. Ich hole mal Kupferblech. Ich habe schon. Oh, okay. Cool. Dann schaue ich in den awesome Shop. Wo ist der hin verschwunden? Da, wo er vorher auch stand. Ja, das hab irritiert gerade nur, weil das nicht mehr da steht, wo es war. Ja, ich muss es aus dem Weg räumen. Ja, das, was jetzt dazukommt, ist... Sind die... Nee. Ich weiß nicht, was jetzt dazukommt. Nee, es werden auch neue Sachen dazu geschaltet, ohne dass die jetzt angezeigt werden. Achso. Ich habe noch die Ölpumpe. 14. Wie viele kann ich denn noch herstellen? 21. 21. So, an welches Ölfeld gehst du denn ran? Ähm... Da oben, wo unsere, ähm... Wo diese beiden Sälen sind, wo du jetzt auch an die Kohle drangegangen bist. Wo ich eigentlich das Kohlekraftwerk hinbasteln wollte. Ah, ja. Äh, bisschen weiter rechts auf der Karte und weiter oben ist, ähm, eine Ölquelle. Eine, die ziemlich gut ist. Ja, hier sind drei Reine, ne? Nein, da ist nur eine. Ich mach da mal einen Mapmarker hin. Kann ich noch nicht, liegt außerhalb von dem, was wir bis jetzt erforscht haben. Ah. Aber wir haben hier in der Nähe... Oha. Unrein. Purity temporär. Unrein. Punkt, shop. So, was ist neu? Ja, die, die Pip... Waren die Pipelines schon die ganze Zeit bei der Verwaltung mit da? Oder sind die jetzt neu? Äh, Pipelines, die glatten? Ne, die waren schon da. Ja. Ne, die waren schon da. Ja. Okay. Du musst mir sagen, was neu ist, ich weiß es nicht. Ich glaub, unterteile, dass du dann Platinen kaufen kannst und sowas. Äh. Ja, okay. Langweilig. Jo. So. Hm. Komm, achso. Ja, ich bin auch auf der App. Ich kann ihn natürlich nicht reinlegen, weil das Ding noch nicht wieder da ist. Jo. Aber, ich kann ja schon mal anfangen zu bauen, auch wenn wir es noch nicht ganz in Betrieb gehen lassen können. Äh, ja. Hallo, Peanut. Hallo, Peanut. Ich muss meine Rechnung neu machen. Ähm. Okay. Moment, wie viel Treibstoff produziere ich? 900 Kubikmeter. Ich muss meinen Rechner achten, das ist mein Rechner. So. Ich hab 900 Kubikmeter Treibstoff. Und. Warum? Ja. Durch 6. Heißt, ich kann. Äh. Damit. Mit. 150. Profinerien. 150. Mit Turbotreibstoff. Peanut verliert seinen Verstand. Äh. Der hat jetzt 3 Stunden am Stahl gehangen. Was machst du denn da? Stahl ist doch jetzt nicht das komplizierteste. Naja, wenn man, äh, vollkommen übertreibt, wie er es nun mal, ähm, wie er nun mal gerne dazu neigt, dann doch. Ah, okay. So. Ich kann mit 900 Kubikmeter normalem Treibstoff 155 Graffinerien befeuern. Für Turbotreibstoff. Jetzt ist mir der Stipp weggefallen. So. Nein. Das war doof. Ich bin dumm. Okay. Äh. 900 durch 22,5 40. Das macht mehr Sinn als 150. Peanut, was meinst du mit mal sehen? So. So, das muss ich mal und rechnen. Heißt, ich brauch 600 verdichtete Kohle pro Minute. Dann musst du mir da mal ein Foto irgendwie bei Discord schicken oder so. Ach so, Moment. Ich bin auch ein bisschen doof. Natürlich kann ich das nicht mit, äh... Ja, aber wir sind gerade mitten im Stream. Das ist doch nicht so cool. Ähm. So, ich habe 40 Raffinerien, die mir Turbotreibstoff herstellen. Heißt... Heißt... Ich habe... Turbotreibstoff pro Minute. 18,75 mal 40. 750 pro Minute. Heißt, mein Kraftwerk kann... Ja, das sollte erstmal reichen, ne? Ja. Ja, dann kümmert du dich um das Kraftwerk. Ja, Moment, ich muss erstmal gucken, weil... Es kann sein, dass du dir eine Alternative für die Kohle sucht musst, die du da hinten abzapfst, weil ich glaube, ich brauche die komplett. Ähm. Wofür brauchst du die denn komplett? Warte. Produktionsplaner. Ich brauche... Bestand hinzufügen kann ich hier auch... Turbotreibstoff. So, ich hätte gerne 750 Kubikmeter Turbotreibstoff pro Minute. Oh. Ah. Dann brauchst du zwei Kohle. Ähm. Zweieinhalb Kohle. Aber... Ich kann alternativ auch mit... Ähm... Energie... Zellen arbeiten. Aber du hast ja... Dann kriege ich nämlich aus einem... Aus einer... Ich habe sowieso nur eine Schwefelquelle, weil da brauche ich auch zweieinhalb. Aber zweieinhalb MK3... Ich brauche 600 Einheiten Kohle und 600 Einheiten Schwefel pro Minute. Ähm. Okay, ein voll übertakteter Miner Stufe 2 kann, äh... 300 Kohle herstellen. Wie weit sind wir von dem MK3 Miner weg? Ich glaube, das kommt in, äh... 7 und 8. Shoot. Jo. Ah, gut. In 7 und 8 kommt sowieso... Also, das... Kraftwerk kann sowieso nicht in Betrieb gehen, bevor... Wir nicht, ähm... Den Quellenextraktor freigeschaltet haben. Und der kommt auch in 7 und 8. Heißt, wir müssen sowieso erstmal darauf hinarbeiten, die... Phase 3 abzuschließen. Bevor das Kraftwerk, was ich da hinten gerade plane, überhaupt in Betrieb gehen kann. Okay. Ja. Da ich immer noch nicht weiß, äh... Bei welcher Ölquelle du arbeiten willst. Ähm... Wenn du willst, können wir hinlaufen und ich kann sie dir zeigen. Ja, wartet es noch eben... 35 Sekunden? Ja, ich muss sowieso eben Beton holen, weil da müssen wir uns hinbauen, da kommen wir nicht einfach so hin. Okay, Peanut hat dir übrigens ein Foto geschickt bei Discord. Von der... Stahlfabrik. Ach du Scheiße. Sieht gut aus. So schlimm? Es ist sehr groß. Und sehr viele Förderbänder durcheinander. Oh Gott. Leite mal weiter. Jo. Wenn ich dir den Nachrichten-Ding kopiere, kannst du da draufklicken? Weiß ich nicht. Können wir ausprobieren? Ne, da steht unbekannt. Kannst du da drauf... Ach, so geht's. Äh, das war nur ein Testbild. Das also das zweite Bild von ihm. Wir kopieren. So. Oh Gott, sieht das stressig aus. Ja. Sehr. Oh, ich freue mich so da drauf, diese Riesenfabrik zu bauen. Und dann produzieren wir im Übrigen auch 675 Polymerharz pro Minute, die wir dann aufteilen können auf Gummi und Treibstoff. Je nachdem, äh, Kunststoff. Je nachdem, was wir mehr brauchen, muss man dann halt anpassen. Ja. Dann musst du aber eine Awesome-Sink mitnehmen. Ja, definitiv muss ich eine Awesome-Sink mitnehmen. Weil nicht, dass du dann genau das herstellst und dann Bob aus. Ja, dann hinterher haben wir, oder hinterher haben wir halt, ähm, Stock-die-Produktion nach hinten hinweg und dann haben wir keinen Strom mehr. Äh, genau. Bitteschön. Oh mein Gott, dankeschön. Ja, aber mit dem Treibstoff, den wir haben, das ist nicht so gut. Welchen Treibstoff haben wir? Oh, den. Also ich gerade gar keinen mehr. Machen wir hier mal ein bisschen sauber. Hm. Ich kann, ich, äh, brauche für meine Stromproduktion 22,5 Raffinerien. Wenn ich 23 baue, habe ich quasi die Kapazität von 0,5 übrig, um, ähm... Einfach nur Treibstoffe. Ja. Genau, um, um, äh, das in der, ähm, Verfüllungsanlage in Treibstoff umzuwandeln, den wir mitnehmen können für unsere Jetpacks. Ja, das wäre eine Maßnahme. So. Hm. Muss mal eben. Ich brauche den festen Treibstoff. Ja, du stehst im Weg. Wieso reißt du das denn? Oh Gott. Achso, ich dachte, du wolltest es auch wegmachen. Nee, nee. Entschuldigung. Ja, ja, kaum am Essen und schon nicht mehr am Mitdenken. Ich kann halt nur eins von beiden. Ähm, wenn du mal hier in die, in das Lagerdepot reinguckst. Oh. Mhm. Ich klau mir mal eins. Ja. Ja, ich würde ein paar mehr mitnehmen. Macht wahrscheinlich den. So. Auf geht's. Äh, Momento. Ach ja. Ich habe vergessen. Ähm. Nein! Halt. Umdrehen. Komm wieder zurück. Ich wurde eingesogen. Okay. Das hat Flump gemacht. Hm. Ich freu mich auch auf die nächste Stufe. Mhm. So. Ähm. Die ist meine ja Grö... Was? Die ist meine ja Größe, die ich geplant habe. Die macht 2750 Poly... 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 Polyresin pro Minute. Das macht dann 28 Gigawatt. Okay. Ja, ich bin jetzt bei... Was hatte ich gesagt? 25 Gigawatt oder so. Mhm. Genau. Aber dafür brauche ich halt auch wirklich nur... ...die eine Quelle hier... ...und die eine Quelle da hinten. Äh... ...und eine Ölquelle und die dann halt... ...mit MK3-Meinern komplett übertaktet. Okay. Die Ölquelle befindet sich... Moment, ich muss kurz... Äh... ...in die Richtung. Und da ist auch noch ein Energieschneckchen. Zwei eigentlich. Aber das eine ist von Uran umgeben. Das ist ein bisschen unwinzig. Von wo? Ah, da bist du. Ich werde angespuckt. So, hier unten. Bist du irgendwo... ...oder hast du das hier unten schon eingesammelt? Nee. Äh, da hinten. Ach, hier sind auch noch Gegner. Hier, äh... ...komm mal zu mir. Ja, genau. Noch ein Sommers Loop. Hattest du schon so einen eingesammelt? Nö. Genau, deswegen. Ein Achievement? Ja. Nö. Ich glaube. Tschüss. Ach, hier ist... Ach nee, das sind nur Beeren. So, äh... Das Schneckchen kreilst du dir gerade? Nee. Ich weiß... Wie kann man denn auf der Karte Schnecken und so weiter einblenden lassen? Auf der, äh... Internetseite? Ja. Äh, da gibt's einen, äh... Extra-Tab für Slugs. Power Slugs. Äh, wo du auch die Erze ein- und ausblenden kannst. Okay, hab ich mal eingeblendet alles. So. Die Ölquelle ist ja dort oben. Öp. Ah. Der rote Bambuswald. Mhm. Genau. Und hier muss halt ein Quellverdichter drauf. Und dann kommen auf die sechs kleinen Buckel hier, äh, die Quell-extremien. Traktoren. Genau. So, dafür brauch ich halt erst einen Quell-, äh, Verdichter. Ich hab keine Ahnung, was da unten ist, aber da laufen zwei große und zwei kleine Viecher rum. Mhm. Nice. Ja, die schießen ja. Ja, die großen können schießen übrigens. Ja, danke schön. Oh, bitte, bitte. Ja, danke schön. Ah, diese Kackteile, ey. Ah, der braucht Plastik, okay. Oh, ich wurde gerufen, eine Sekunde. Ja, hat man gar nicht gehört. Oh mein Gott, so. Mit normalem Sprit, ich kann heute nicht schreiben, Lul. Hast du getrunken? Nur sieben Stunden Schlaf, was bist du denn für einer? Ich hatte heute acht, ungefähr drei Stunden mehr als sonst. Oh. Oh, krass. Oh, das sieht echt mega geil aus. Ich habe zurückgekehrt. Welcome back. Dankeschön. Ich hole mal eben die wichtigsten Sachen. Mhm. Mhm. Richtig, richtig lecker. Ich meine, das sind nur die Fertigdinge aus dem Penny. Aber es schmeckt trotzdem richtig gut. Okay. Hab ich denn jetzt so viel Schaden gemacht? Ach so, weil ich die eben wahrscheinlich schon mal angeguckt hatte. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich gehe mal davon aus. So. Gott, ich habe viel zu viel Festbrennstoff dabei. Deswegen war auch mein Inventar so schnell voll. Dein Inventar war gestern im Stream schon die ganze Zeit voll. Am Anfang habe ich die Krise gekriegt. Ja, beabsichtigt. Ich bin ja am Bauen. Da warst du nicht am Bauen, da bist du rumgelaufen und musstest ständig Sachen schreddern. Danke, Spaddy. Hallo, Spaddy, und viel Spaß im... Was war das denn jetzt? Hast du dabei gekotzt, oder? Nein. Du bist sicher über das? Und das war dieses, äh, Mettler-typisches BLEK. Ah. Mhm. Und dann geht der richtig schöne Hardcore los. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube auch nicht dein Hardcore. Mhm. Ich glaube auch nicht. Hast du eigentlich einen Nobolisk-Zünder? Mhm. Da schaltet sie die ganzen Equipment-Plätze frei. Nutz sie aber nicht. Lass mich raten, bei dir ist alles voll mit Essen. Nee, okay, geht ja sogar noch. Hab ich Schranz gehört? Nein, kein Schranz. Sowas wie Hatebreed. Ja, also doch, Schranz. Was? Ich? Das war ja mal ne übelste Beleidigung der feinsten Kunst. Aber Hauptsache, wir sind uns im Einblick einig. Es gibt nichts Schlimmeres als Schlager. Ja. Oh, wobei ich, ähm, Deathcore finde, das ist mir zu viel. Also da krieg ich Herzrasen von. Und Nightcore. Das ist mir zu, das ist mir zu schnell. Hardcore ist voll gut. Was ist denn... Aber alles, was... Hm? Was ist denn Nightcore? Die schnellere Version. Also die, also Hardstyle in noch schneller. Und welcher Betrunken hat sich denn das ausgedacht? Ich hab keine Ahnung. Und Deathcore ist noch schneller. Das dann... Boah. Finde ich ganz grauenhaft, ehrlich. Okay, ich muss mal eben den Stream muten. Mhm. Mhm. Okay, Nightcore ist schlimm. Aber ich weiß nicht, was du gegen Deathcore hast. Also wenn du... Es kann auch sein, dass ich das gerade miteinander vertausche. Ich... Ja, ich glaube. Ja, so im Stream... Ja, dann musst du dir mal Akashi Trap anhören, Peanut. Weil Deathcore ist, äh, Hardcore Metal in Screamo. Das ist richtig geil. Oh, ja. Nee, dann meine ich Nightcore. Okay. Was ich so grauenhaft finde. Also da weiß ich nicht. Da hört bei mir halt auch irgendwo jedes... Jedliches Verständnis auf. Das ist wirklich einfach nur noch... Umgeschranze. Und dieses... Boah. Dieses Tuck, Tuck. Und dann dieses Hille. Boah. Ganz furchtbar. Ähm. Peanut, das heißt Akashi... Nee. Nee. Nicht Akashi. Such mal nach Akatsuki Trap. Das ist geil. Ähm. Bist du gerade bei uns an der Base? Ich laufe gerade wieder zu dir. Ach, shoot. Warum? Ähm. Weil ich fragen wollte, ob du die halben Fundamente freischalten könntest im Awesome Shop. Ja, wir haben leider noch nicht so viel. Schade. Weil die bräuchte ich wirklich dringend. Ich habe aber andere Sachen freigeschaltet. Auch gut. Ich bring dir noch was mit. Ist... Und die Seenplatte hier unten willst du zu einem Kraftwerk umbauen? Ähm. Das... Also... Ich brauche auf jeden Fall für die Raffinerien, für die Gummi- und Kunststoffproduktion brauche ich Wasser. Weil die verbrauchen, ähm, Polymerharz und Wasser, um dann entsprechend, äh, Gummi und Kunststoff herzustellen. Jetzt habe ich mich wiederholt. Egal. Hehehehe. Genug oder Min. Ja. Aber ich möchte auch komplett die ganze Stromproduktion nach da unten verlegen. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich dann die Rohre von der Ölraffinerie, äh, an der glatten Kante hier runter führen. Okay. Und damit das anständig aussieht, brauche ich, wie gesagt, die, äh, Halbdinger, weil sonst guckt der Fels raus und das will ich nicht. Mh. 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 So, und was war da jetzt drunter? Äh, da war gar nix drunter. Mh. Mh. Gucke vor mir. Warte, 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 warte. Wo bist du hin? Hier unten. Ah, ja. Ja, du hast die Sprengsätze gebaut. Ja. Nimm. Achso. Ich dachte schon so her, seit wann stapeln die sich so komisch. Dankeschön. Ich habe dir extra welche mitgebracht, weil ich glaube, damit kannst du auch diese Giftsachen wegsprengen. Das wäre mal ein Versuch wert, ne? Oh, und man sollte weiter weg von den Explosionen sein. Die machen Aua. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Ja, kann man sich vielleicht auch denken. Oh, und damit kann man sehr gut Bäume wegholzen übrigens. Ja. Und diese großen Bubbles, die hier in der Gegend rumfliegen, das sind auch nur Bäume, die kannst du damit auch wegsprengen. Ja, die Giftdinger kann man damit wegmachen. Nice. Das ist ja voll gut, dann braucht man diese scheiß Gasmasken ja gar nicht. Ja doch, die brauchst du ja. Ah! Ah! Ich bin fast tot. Wenn ich jetzt so... Gut. Ich bin fast tot. Also, literally. Ja. 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 Das selbe Erlebnis hatte ich auch eben gerade. Ja. Ach ja, und weißt du, was das Gute ist, wenn man die... das Safe Game reinlädt? Man kann abhaken, welche Energieschnecken man schon hat. Die werden automatisch abgehakt. Stimmt. Und es wird auch automatisch abgehakt, welche Ressourcenquellen du schon verwendest. Und, ähm, ja, ich glaube, das war's. Nee, es wird eigentlich alles abgehakt. Ups. Ich hab einen Tunnel gefunden. Uh, alles voll mit Gas. Ich kann auch, ähm, um die Ölproduktion und alles am Laufen zu halten, kann es auch sein, dass mir ein Geysir ausreicht, weil ich glaube, da hinten ist nämlich einer. Also, dass ich, äh, einmal aus Wasser Strom produziere aus dem Geysir, ähm, und damit dann meinen Notstrom quasi... Wow. Kleiner Tipp. Gas wirkt, äh, als volle Wand. Ah, cool. Ja, eher weniger. Akatsuki Trap. Ja, genau. Alt-Links-Klick ist Ping. Wow. Ah, okay, da kannst du da einen Marker hinsetzen. Okay. Geysire produzieren nicht gleichmäßig Strom. Ja, dann gibt es da nur eine Sache. Du musst eine USV dazwischen klemmen. Ja. Gibt es auch... Au. Ich hab Alt-Rechts-Klick gemacht. Sorry. Ähm, gibt es auch... ...halbe Wände, die dann so abgeschnitten sind wie die halben Fundamente, oder gibt's die nicht? Doch. Also, ich mein jetzt nicht von der Höhe her, sondern von der Breite her. Oh, das weiß ich nicht. Muss man dann mal gucken. Jo. Oder ich geh halt ein komplettes Fundament nach vorne. Das ist halt auch eine Possibility, die ich machen könnte. Ah. Die halbe Breite gibt es nicht. Okay. Dann geh ich ein ganzes Fundament nach vorne, obviously. Aber du kannst sie einfach ineinander snappen lassen. Das sollte gehen. Ähm. Meinst du mit Steuerung links dann, oder wie? Äh. Ey, von den Wänden sprach ich. Jaja, aber wie... Wie mach ich das? Naja, wenn du ne... Du wolltest ja halbe Wände da ransetzen, ne? Mhm. Obwohl, hat sich erledigt, weil ich muss sowieso so weit nach vorne gehen, weil mit den halben komm ich, glaub ich, unten dann trotzdem wieder dran. Ah, okay. Ja, mit den halben wäre ich unten wieder dran gekommen. Hätte, glaub ich, nicht gepasst. Okay. So, was wollte ich denn jetzt? Wir haben 10 Tickets. Was wolltest du denn haben? Äh, die halben Fundamente. Okay, ich wollte noch die Doppelrahmen. Okay. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bereite hier gerade was für dich vor, ey. Oh. Ich habe überhaupt nichts gesagt, lass den armen Mann doch mal bauen, der weiß schon was er tut. Echo Stopp! Wann? Wovon ist das Teil denn jetzt angesprochen? Ich habe absolut keine Ahnung. Geht ja mal gar nicht. Den Stoff mehr als drei Pflanzen ist aber nicht, naaaah. Manni sprach gerade von Kokaina. Das Lustige ist, du hörst es nicht. In meinem Stream hört man das, wenn ich so richtig reinschniefe und du hörst es einfach nicht. Doch, ich höre es die ganze Zeit. Ja? Ja. Okay, normalerweise filtert Discord das nämlich ganz gut aus. Das Ordentliche hört man immer. Okay. Das, wenn die Koks-Nasche durchkommt, du. Nie. Das Problem ist, meine Nase ist so zu, ne? Ja, ja. Eben ging das noch, aber jetzt, so langsam wird es halt schon wieder. Ach. Hättest halt gestern auf der Party nicht das ganze gestreckte Zeug schniefen sollen. Ja, echt. Ich bereue es schon wieder, ehrlich. Nur das Reine ist gut. Ja. Ja. So. Ach, verdammt. Verdammt. Verdammt? Vielleicht haben wir Glück. Hier sieht es schlecht aus. Hier sieht es auch schlecht aus. Ja, dann dauert das doch noch ein bisschen. Die vorbereitenden Maßnahmen haben nicht funktioniert. Oh, es hat doch funktioniert. Drück mal Tab, also wenn du nur so stehst, und drück vor dem Deponieren aus dem Inventar nehmen. Dann wird nämlich erst das Depot verbraten und dann der Rest. Das wollte ich jetzt für genau zwei Sachen erst mal machen. Das dauert zwar jetzt alles immer ein bisschen, aber wir machen das jetzt einmal mit Beton und einmal mit Eisenplatten. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Hochladegeschwindigkeit upgraden. Ja. Und dafür brauchen wir 3, 10, 23, 46. Das ist fast so schön, um wahr zu sein hier. Oh Gott. Was? So, wie... Interactive Map. Wie viele Merkersphären gibt es denn? Äh, 298 Stück. Okay, gut, das reicht. Äh, reicht das? Ja, sollte reichen. Oh, ist das schön. Ah. So. Oh, ja, ich habe vielleicht gerade jedliches, äh, jedlichen Beton aus dem Depot wieder rausgezogen, was du gerade hochgeladen hast. Ja, das lädt ja automatisch hoch. Das ist voll gut. Sagst du dann quasi in der Kiste, dass der aus der Kiste hochladen soll oder hast du dafür einen Point, wo du das machen musst? Das ist ein extra Lagerdepot. Mhm. Was du anschließen musst. Ah. Und du kannst das auch noch erweitern. Mhm. Ich glaube, so schön das hier aussieht, ich möchte es trotzdem anders machen. Weil die restliche Wand dann doch ein bisschen leer aussieht sonst. Haha. Okay. Das Gute ist. Wenn ich zwischendurch immer so ein bisschen baue, dann füllt sich mein Leben wieder auf und ich kann hier hinten die Stinkedinger weiter weg machen. Ja. Das sollte gehen. So. Zwei Stinkedinger kriege ich weg, ohne dabei zu verrecken. Oh, ich bin gerade verreckt. Oh. Das ist bitter. Mhm. So. Hier ist die Mitte. Nice. Ich möchte gerne... Oh, es gibt auch noch die Spinnen in riesig. Ja. Hab ich auch grad festgestellt. Sind toll, oder? Jo. Was ein Kack. So, dann... Eine Wandhaltung. Die Wandhalterungen sehen aus wie Lollipops. Ja. Ja. Ja, vielleicht auch lieber die Großen. Ja. 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 oh ich idiot hier ist gift du kannst übrigens wenn du gedrückt hält richtig weit werfen das richtig gut wow da brauche ich ja gar nicht so viel leben ne kann man hier ein bisschen aufräumen das richtig gut 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 Alternativ könnte ich Viel Spaß dir Also Peanut Alternativ könnte ich sagen, dass ich hier Es gibt übrigens auch noch Leuchtende So komische Nester Da kommen dann so Vier von diesen Fliegen raus Oh, schön Sonst sind es glaube ich drei, oder? Ja Oh, oh, oder sechs Oh, 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 oh Oh, oh, oh So richtig kaputt machen kann man die auch nicht Also die Nester Wow Kann man hinterher Betonwände machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube schon, dass du Irgendwas mit dem Material hier machen kannst Ich glaube schon, dass du Ich glaube nämlich nicht, dass wir Betonwände herstellen können Dann werde ich das nämlich so machen Dass ich dafür die Halbdinger benutze Ich möchte den ganzen Bums hier Gerne aus Beton machen Und nicht aus den Bissetwänden Okay 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 So Jetzt Okay 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 Now Okay Okay So ich muss nur gucken ob ich das so hinbekomme noch bestimmt weil dann kommen hier jetzt nämlich halbe fundamente unter ich weiß nicht was hier los ist aber hier ist ein korallenriff und ich sammle hier überall elektroschnecken ein oh Das war's. Das war's. Warum macht der das? Äh, äh, warte, ich muss mal in deinen Stream reingucken. Was machst du denn da? Der dreht hier in die Plattform. Oh. Aber ich weiß nicht warum. Das sieht ja cool aus. Ne, das ist kacke. Weil dann, äh, hier geht das noch, dass hier nicht so viel übersteht, auf der einen Seite. Aber wenn ich das halt so mache, dann steht da voll viel über. Aber ich will das nicht. Au, au. Jetzt macht er das. Okay. Äh, warte mal. Doch. So, so ist es dann stimmt. Aha. Jetzt okay. Oh Gott, ein Nuke-Battle. Was? Ein Nuke-Battle. Ein Nuke-Battle. Ich hab ein Nuke-Battle verstanden. Ja, das vielleicht auch. Hm. So, kann ich? Ha. Nuke-Battle gewonnen. Ich will gar nicht landen. Ich will gar nicht landen. Ich will das nicht hin. Aber ich will das nicht. Ich will da noch nicht mehr. Ich will da noch mal probieren, wie ich ja kann. Abscri לא. Ich will da noch nicht, meter. noten werden. Ich will da werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Oops Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich selbst in die Luft gesprengt habe, aber Also hast du nicht gemacht Nein Ah gut, dann ist ja gut Wie kommst du denn auf diese Idee? Ach, ich weiß auch nicht Okay So, in der Zeit, wo der wieder ins Depot hochlädt, gehe ich mal eben noch ein paar Stinkefelden wegspringen. Mhm. Oh, hier ist noch ein Kohlevorkommen. Zwar nur ein normales, aber hier ist noch eins. Jo, so muss halt. Mhm. Oh. Ich sehe auch noch einen Ort, wo ein Elektroschneckchen ist und zwar ein gelbes. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt beim Tod jegliches Werkzeug verloren. Das ist nicht so gut. Nee. Okay. Äh. Das muss ich vorher schon mal angeheitet haben. Der fällt doch nicht von drei Schlägen um. Sicher? Ja? Ja? So, das ist sehr cool, dass hier noch ein Kohlefeld ist. Hier ist nicht reinzufällig auch noch Schwefel in der Nähe, oder? Ja? Ich glaube, das nächste Schwefel ist da hinten. Ja. So, und Kohle ist hier. Und da hinten noch einmal. Aber das wird nicht rein sein. Das wird nicht rein sein. Hm. Naja. Irgendwie kriegen wir hier schon unsere Kohle hin, die wir brauchen für die, ähm, Turbo-Bedöns-Produktion. Mhm. Mhm. Wie gesagt, das Turbo-Ding müssen wir ja auch erstmal in der MAM freischalten. Ja. Und dafür brauchen wir ja erstmal Treibstoff. Ja. Ja, eine kleine Produktion an Treibstoff kann ich hier ja schon anschmeißen. Mhm. Ähm. Die ganz provisorisch dann läuft. Bis wir, ähm, alles weitere dann haben. Ja. So, ich hab mal eben das Spiel neu gestartet, nicht dass da irgendwas fehlerhaft ist. Mhm. Ja, jetzt hab ich auch wieder ein volles Inventer. Hm. Ich, ähm, geh mal kurz zum Hauptmenü und wieder, ups, das war der falsche Knopf. Ich wollte nur zum Hauptmenü und nicht zum Desktop. Ja. Weil, ähm, ich hab schon wieder Texturfehler, glaube ich. Okay. So wie bei der, äh, Asphaltbrücke, wo ich dann die Rahmen teilweise noch mittendrin hatte. Ah, okay. Ja. Boah, ich, ich hab wieder richtig das, die Befürchtung, dass das wieder so ein Stream wird, wie am Donnerstag, der richtig eskaliert von der Länge her. Ja. Er ist doch an sich gut. Auf jeden Fall. Und ich hab auch richtig Bock drauf. Ich muss gleich definitiv Nasenspray nehmen, ich krieg fast überhaupt keine Luft. Äh, ja, es war ein Texturfehler. Nice. Okay, weil sonst hätte ich gesagt, äh, ich kann auch mal den, äh, Server einmal durchstarten. Hm, ne, ne, es lag nur an mir. Ich hab übrigens noch ne Festplatte und, warum hast du in deinem Stream das Rezept für Draht genommen anstatt das für Stahl? Wieso nicht? Weil wir das für Stahl wahrscheinlich eher gebraucht hätten, oder nicht? Oder vertue ich mich gerade? Weiß ich nicht. Ich, äh, kenn die Rezepte nicht. Ich hab das genommen, was sich sinnvoller angehört hatte. Weil, äh, der Draht, im Prinzip produzieren wir ja auch ganz gut Draht mit, ähm, mit... Kupfer? Ja. Obwohl, es kann sein, aus dem Katerium Draht kriegen wir wahrscheinlich dann mehr raus, ne? Mhm. Okay. Also, du brauchst irgendwie 45 Draht, äh, ne, 45... ne, warte sogar noch weniger. Ähm, irgendwie 25 Eisen, äh, Katerium Barren. Mhm. Mhm. Und hast damit 500 Draht hergestellt. Hm. Ja, okay. Ich mein, die... Ist ja nicht so, als würden die nicht nochmal wiederkommen, die Rezepte. Genau. Achja, und, äh, das hatte Peanut gestern gesagt, dass, äh, neu raussuchen oder das neue Scan der Festplatten, das kann man bei jeder Festplatte machen. Ja, wie meinst du? Äh, da gibt's unten immer ja den Punkt, wollen sie die Festplatte neu scannen. Achso. Ja, okay. Das kannst du bei jedem, bei jeder Festplatte machen. So. Achso. Achso. Ah, hier hab ich noch so ne Reihe. Ja. 1, 2, 3 Hier Oh, langsam Lea 1 nach dem 1 Warum Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt und habe mich gefragt, warum es nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte Aber jetzt erklärt sich das auf jeden Fall Okay Ripples? Ich hoffe, das war nicht gemeint, mich zu erinnern. Genau, ich nehme mich auch. Es sei denn, das hieß mal so, dann haben sie es abgeändert und dann hieß es auf einmal nicht mehr so und jetzt heißt es wieder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, ja. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Nein. Dass es keine Einsortiertaste gibt. Ne, es gibt nur einen Knopf dafür. Ja, aber nicht, äh, hey, ähm, der Inhalt, den kannst du jetzt mal eben aus meinem Inventar da reinschmeißen. Ja. Jetzt muss ich erstmal überlegen, womit ich weitermachen wollte. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Ich glaube... Ich mach die Parts weiter. Ich hoffe, er wusste ich keinen Fall nach POisch auf. F learnedsk energía einzus VISTA building und Mmm-mmm. Ich versuche es nicht nur, was ich auch nicht, dass ich sie lang phi,... objects sache mit kontrollieren. Ich kann es nicht etwas, ich verstehe. Ich bin wieder in commemorieren, dass ich ihn liefere, wie ein G spent. Ich bin überrischen Dank nicht mehr. Wann sind wir vorher. Warum nehme ich noch nicht eine Frau Mac-Yi sein. Wann mit einem Hauptaukulieren? Jetzt brauchen wir ja auch andere Parts als letztes Mal, ne? Ja und nein. Also ja, wir brauchen das Mehrzweckgerüst, aber die anderen beiden sind anders. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, brauchst du die anderen Komponenten, um da drinne, äh, die Phase 3 Sachen zu machen. Weißt du, wie du es herausfinden kannst, ohne auf irgendeine Internetseite zu gehen? Ne. Drück mal O. Oh. Dann auf Teile und dann kannst du dir alles angucken, was es gibt in dem Spiel. Und dann kannst du dir auch angucken, was du dafür brauchst. Ist hier nicht nur das drinne, was wir schon freigeschaltet haben? Ja. Ja, ja, aber, äh, die Dinger haben wir ja freigeschaltet. Nö. Die stellt man in der Fabrik her. Ja, ja, aber das, also, für Phase 3, die Dinger, die müssten wir jetzt schon herstellen können, oder nicht? Nein. Ach ja, stimmt, Fabrik, das sind drei Inputs. Shoot. Genau. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß, ehrlich. Hey. Hihi. Ich darf gerade, also, ich mache gerade Sachen, die mir richtig, richtig Spaß machen. Das ist ja schön. Ja. Ich weiß nur, dass ich gleich zurücklaufen muss und mir mehr Beton holen muss, weil der Upload zu langsam ist. Noch. Oh, weißt du, was gestern auf der Feier richtig süß war? Hau raus. Eine hatte ihren Opa mit dabei und der war halt schon 90. Oh, und der, das war so süß, der hat sich so gefreut, als sie dann nach vorne gerufen wurde. Der ist immer mit aufgestanden und hat mitgeklatscht. Das war so süß, wirklich. Okay, das ist wirklich nice. Und der hat ihr auch immer gewunken, wenn sie irgendwo hingegangen ist. Das war echt süß. Und dann haben wir hinterher, äh, unten im Foyer von der Stadthalle ein, äh, ein Gemeinschaftsfoto gemacht und der kam mit seinen 90 die ganzen Treppen mit runter. Und dann hat er die nicht gefunden und hat die ganze Zeit hin und her geguckt und gesucht und dann stand sie da so, hier Opa, ich bin hier. Und dann hat er sie angeguckt, dann hat er voll das Lächeln angefangen und gewunken. Also was gibt es denn bitte süßeres? Oh, das war so knuffig. Doch, da wird wohl jemand ziemlich stolz gewesen sein. Oh, ja, der war ultra stolz. Der war echt richtig stolz auf seine Enkelin. Das war so süß anzuschauen. So. Dann gehe ich jetzt mal zurück und hole noch ein bisschen mehr Beton und das sieht deutlich besser aus, jetzt wo ich die, ähm, Metalldinger dazwischen gemacht habe. Äh, die, die Betonteile. Mh. Ja. Auf nach Hause und mehr Beton holen. Ich überlege auch, ob ich die Rohre hinterher in, äh, sag schon, äh, in, in schwarz oder so färbe oder in dunkelblau für Öl quasi, dass, dass man, ähm, blaue Rohre für Wasser nimmt und schwarze Rohre fürs Öl oder so, dass man das so ein bisschen farblich markiert und die gelben dann hinterher für, ähm, für den Treibstoff. So, ich hab hier jetzt was weggesprengt. Was war hier denn außer nichts? Cool. I wasted. Cool. Ach, das ist was, was mich angreifen will. Das knurrt mich hier so an. Ich hab hier jetzt was, Ich bin nicht weggelaufen. Du bist es. So viel Alien-DNA. So viele Tickets. Ich werde euch alle zu Tickets verarbeiten. Oh ja, hast du das schon gemacht? Die ganzen Alien-DNA verwurschtelt? Nein. Oh, darf ich das bitte machen? Aber wir können die noch einsetzen. Wofür? Weiß ich noch nicht. Ich glaube für Medizinprodukte oder so. Das ist scheißegal. Erstmal brauchen wir die für Tickets. Ich höre hier doch ein Schneckchen. Okay, aber die bringen doch gar nicht so viel. Die bringen ultra viel. Ja? Ja. Die bringen tausend Punkte. Ja, das ist jetzt nicht viel. Aber das wird ja nochmal extra geführt. Das zählt ja nicht zu den ganzen anderen Produkten, die da mit drin sind. Also nicht zu dieser ganz hohen Zahl, die immer runter tickt, wenn wir normale Items da reinziehen. Sondern Alien-DNA wird extra gezählt. Ah, okay. Genau, und deswegen, äh, noch ist das ultra effizient, das zu benutzen. Ich glaube wir brauchen jetzt noch sechs oder sieben Kapseln oder so und schalten schon die, äh, das nächste Ticket frei. Okay, ja, das kannst du dann gerne machen. Kann man die Stinkeblumen eigentlich auch wegsprengen? Ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz was machen, also. Okay. Nein, die kann man nicht wegsprengen. Doch. Nein. Die ist schon weggesprengt. Hä? Ach so, die ist dann... Oh. Wow. Okay. So, weg. Ja, das hat bei mir nur gedauert. Äh, die... Das sah so aus, als wäre die noch da, nur wieder zusammengeklappt. Als hätte die sich nur zusammengezogen. Ja, so cool. Ach ja, mit den Turbodraht, ne? Mhm. Kam jetzt auch die... Oh, Festplatte. Kam jetzt auch die, ähm... MK2-Strommästen dazu. Ja, die hatte ich gestern noch freigeschaltet. Und ab dann hatte ich ja dann aufgehört, weil ich warten wollte, bis du dann da bist. Beziehungsweise, ich wollte dir den Rest mit Katerium überlassen, weil ich weiß, dass dich das mit den Stromkästen und so gefreut hätte. Hat. Wie auch immer. Hat. Auf jeden Fall. Warte. Deswegen habe ich dir die übrig gelassen. Geh mal, äh, ans MAM ran. Da können wir gleich mal gucken, was die Festplatte uns gegeben hat. Oh, Alternativrezept für Motoren oder für Katerium. Äh... Aber da brauchen wir dann halt noch Wasser mit bei. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber von unserer Kateriumquelle ist das Wasser relativ weit weg, ne? Äh, ja. Was, äh, kannst du kurz nachgucken, was das, äh, normale Rezept für Motoren sind? Da brauchen wir nur, äh, Rotoren-Statoren. Genau. Aber ich weiß nicht, wie viele. 2-2. Das lohnt sich nicht, das Rezept, glaube ich, weil dieser Quarz-Gedönsbums, das ist halt auch ultra teuer, den herzustellen. Ja, dann nehmen wir das Katerium-Rezept. Jo. Achso, willst du das auswählen? Oder soll ich das eben machen? Ist eigentlich egal. Okay, ähm, ich schmeiß meine Festplatte auch noch eben rein, ja? Äh, warte mal eben. Haben wir noch irgendwas zum Freischalten? Warte mal, bin ich blöd? Wo kann ich denn meine Festplatte da reinschmeißen? Oberster Punkt, aber brauchst du noch nicht. Warte eben. Ich will noch eben was machen. Moment. Ach, ganz in Ruhe. So. Haben wir alles? Ja. Wo sind die ganzen Alien-DNA-Dinger hin? Achso, die habe ich gerade in der Tasche. Achso. Ich verarbeite nämlich gerade einmal alle. Mhm. Achso, ja, weil ich habe auch noch ganz viel Alien-Zeugs im Inventar. Wenn du noch Proteine brauchst, dann sag Bescheid, dann verarbeite ich die noch nicht weiter. Aber eigentlich muss ich... Ja. Gibt es hier auch irgendwas? Die kann man ja nicht automatisieren, ne? Nein. Ja, das ist richtig, Rotz. Ja, deswegen... Die kann man grundsätzlich gar nicht. Äh... Die Inhaler? Ja. Oh. Du brauchst immer was, was du per Hand farmen musst. Oh. Das ja... Brauchst du noch Proteine oder kann ich alles zu DNA-Kapseln verarbeiten? Du kannst alles in DNA-Kapseln verarbeiten. Ich würde nämlich auch gleich einmal in DNA-Kapseln verarbeiten. Mhm. Weil damit schalten wir jetzt bestimmt fünf oder sechs Tickets auf jeden Fall frei. Hoffe ich. Wäre cool, wenn das so viele werden. Dann müssen wir noch aussuchen, was wir... Guck mal in den Awesome-Shop, was wir da holen wollen. Ja. Oder schmeiß erst mal rein. Ja, vier Coupons habe ich jetzt allein durch meine 27 Kapseln hergestellt. Ja, okay. Das wäre entspannt. Ja, also ich glaube, das steigt auch nicht mehr. Man braucht sieben Kapseln für ein Ticket. Nicht... Wie gesagt, ich glaube, es wird nicht mehr höher. Ja. Ähm... Was ich hinterher ganz cool fände, wäre die Beleuchtung, aber... Ja, was wolltest du sagen? Guck mal bei Customize. Oh, es gibt Betonmaterialwände. Können wir die bitte holen? Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass... Den Rest darfst du dir aussuchen. Der Rest gehört ganz dir, aber ich brauche die Betonmaterialwände. Ja, wenn überhaupt was übrig bleibt, ne? Kostet nur drei. Ja, und die Stahl wollte ich auch noch. Ja, ja. Du, wie gesagt, du darfst frei... Du hast da freie Hand. Du darfst alles holen, was du haben möchtest. Ich weiß noch nicht, ob ich das bereue, aber du darfst. Okay. Äh, die DNA-Punkte steigen übrigens auch. Ach, shoot. Ja. Das wäre ja zu schön gewesen. Oh, jetzt muss ich da hinten nochmal alles wegmachen. Also nicht alles, aber fast alles. Du kannst... Drück mal X. Ja. Achso, das weiß ich. Ne, ich muss, äh... Ich habe jetzt mit Fundamenten gearbeitet. Weil ich dachte, dass es keine Betonwände gibt. Und jetzt muss ich die ganzen Fundamente nochmal wegmachen. Okay. Ja. Das ist natürlich kacke. Egal. Egal. Soviel zum Thema Schlager. Ja, das kenne ich auch nur. Äh, kennst du das Lied von... Ähm... Äh... Electric Callboy? Nein. Er hat ja nur Remix davon gemacht. Boah, ich komme gleich wieder. Ich muss Nasenspray nehmen. Ich kriege keine Luft. Dann guck dir das Intro von Electric Callboy zu... Egal an. Moment. Warte, bevor du losläufst. Das... Muss ich dir sagen. Ich weiß nicht, wo mein Handy drin ist. Es ist weg. Dann lass dich anrufen. Ich... Warte, warum ich weiß, dass du diesen bin. Ich muss das Ganze noch nemen. Nichts. Ich weiß nur, ich auch nicht. Amen. о Bom, ich kann mal du hasst. Ich kann mich auf und linkszerrehen. Ich kann mich anrufen, außer dir anything, verst�הen. It is speculated that, in the earliest days of humanity, people created drums and similar instruments to derive pleasure and social unity from the rhythmic sounds, accompanied by gyratory movements. Congratulations for unlocking a device that, thousands of years later, fulfills exactly the same function, except with a requirement for rare metals and plastic components. I think this is a way of using a box. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Coole Sache Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum hast du ein Ghetto-Blaster in der Hand? Tja, hörst du die Musik auch? Nein, ich hab die Musik ausgestellt vom Spiel Nee, doch, ich hab sie gehört Okay, vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, dass du dir alles kaufen kannst, was du haben willst Und man kann die auch Hast du ein neues Spielzeug? Ja Cool Ich seh schon, ich seh dich nur noch mit dem Ding auf der Schulter rumlatschen Nein, ich stell die bei uns in die Base Achso, na klar, na klar Irgendwo, wo ich sie nicht finde, wo ich mich dann ständig frag, wo diese scheiß Musik herkommt wahrscheinlich Das wär auch zu gut Irgendwo immer so random Song Einspieler Ja, meine lieben Freunde, jetzt dürfen wir hier die ganze Wand quasi nochmal wegmachen Weil wir jetzt Betonwände frei Hier ist schon wieder ein Vieh, ehrlich jetzt Hä, hier stand doch gerade, dass mich irgendwas entdeckt hat Hier ist doch nichts Ah, da ist doch was Im Gras versteckt Ach ja, und ich hab noch was anderes Cooles gefunden Das schalten wir aber erst später frei Die Prioritätsabschaltung Ja Ähm, hattest du die Festplatte hier in dem einen See schon mitgenommen bei mir? Wo ich gerade das Kraftwerk baue? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, dafür brauchen wir Gummi Ah Oder Kunststoff, Kunststoff war's Ah, ich hab richtig Bock Das wird heute eskalieren, meine lieben Freunde Und das Beste ist Ähm Hier, wie heißt Oh Wieso Ähm, die Das Jetpack Für den ganzen Kram Fürs Bauen und so weiter Ja Es ist so viel angenehmer Oh Oh, ich honk Oder es wurde�ה , ich hab einen Ah Oh Oh Ich Eh Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Ah, nee, ich hab unsichtbare Fundamente. Egal. Ich kann sonst den Server mal neu starten, vielleicht bringt das hier was. Ach, ich klatsche einfach Wände vor, dann sieht man's nicht mehr. Also dann seh ich es nicht mehr. Okay. 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 Ich glaub ich hätte auch direkt mit Betonbänden bauen können. Irgendwo kann man das, glaub ich, umstellen. Aber da überfragst du mich. Weil dann hätte ich das Problem mit der Textur wahrscheinlich jetzt grad nicht. Oh, das kann gut sein. Oh, das kann gut sein. Weil ich hab immer mal wieder so mittendrin, dass das so durch scheint. Oh no, mein Spiel. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh. Äh. Das waren zu viele Fehler auf einmal wahrscheinlich. Geh ich davon aus, was steht denn in dem... Ey, hier sind auch keine Fehlermeldungen drin, ne? Ne, ne, das lag glaub ich am Client. Also lag glaub ich an mir. Oh. Ah, da findet die Serververbindung nicht. Hm. So, 80 Units, 80 Stangen. Hm, ich starte mal nochmal das Spiel neu. Okay. Okay. Oh. 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 So, jetzt gucke ich da drauf. So, jetzt gucke ich da drauf. Oh, funktioniert das jetzt alles? Oh, das muss getestet werden. Da geht's hoch. Und es werden Eisenstangen hergestellt. Nice. Sehr gut. Ich wollte noch warten mit dem Gratulieren. Weil sich das mit den Eisenstangen im ersten Moment nicht so angehört hat, als wäre das richtig so. Wie meinen? Ähm, und es werden Eisenstangen hergestellt. So im Sinne von, ach nee, das war das falsche Rezept. So hat es mir erst angehört. Ähm, ich habe insgesamt 23 Schmelzen. Und die habe ich in Einheiten aufgeteilt. Und da muss ich gucken, welche die 80er ist. Mhm. So, Moment. Der höchste Punkt ist... ...möchte ich, dass ich ganz gerne auf... ...diese Höhe hier machen. Erstmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wunderbar. Och, ich bin so ein Plepp. Okay. Ich hätte Kupferblech mitnehmen sollen. Ich brauche Rohre. Also wenn du eine Ölfabrik brauchst, würde ich ja sagen, ne? Mhm. Hm. Hm. Okay. 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 So. Dann läuft dat. Zoom. Ich geh mal im Kupferblech holen. Jo. Ich höre doch das Geräusch. Eines Elektroschnäckchens. Oh nein. Hier ist ein. Eine Mercer Sphere. Nice. Das hat mich hier so angezischt. Nichts. Ja. Ja. So, und rein aus Neugierde, ob da auch noch irgendwas Tolles ist, werde ich das hier jetzt auch wegsprengen. Oh, ja, da ist noch ein Elektroschneckchen. Es ist sehr praktisch, dass man die Sachen wegsprengen kann, muss ich sagen. Okay. Weil das mit denen auf die Filter hatte ich ja gar keine Lust. Ja, kann ich verstehen. 15,42. 15,42. Das ist der hier. Ah, Katzen, weg hier. Ich weiß nicht, jetzt mag ich Katzen halt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass ich den Modus angestellt habe. Ja. 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 Und ich hätte auch das Ding zurücknehmen können. Naja, egal, jetzt ist zu spät. Unsere Verkabelung in der Base sieht halt ultra wild aus. Ja. Ja, das müssen wir irgendwann nochmal. Ja, sollten wir. Ordentlich machen. Mhm. So, jetzt lade ich ein bisschen Schmuh noch ab. Damit mein Inventar nicht ganz so voll ist. Dann können wir weitermachen. Vor allem, ich habe ja noch nichts Produktives getan, außer eine Wand zu bauen. Äh, ja, das ist natürlich entspannt. Mhm. Ja, das ist alles übel. Ciao. Ja, das ist irgendwie so gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, der ist auchно. Ciao. Wow, ich habe keine Kabel mehr. So, jetzt nochmal, wie kann ich hier eine Festplatte analysieren? Ach, Festplatten, doch, ich bin auch ein bisschen doof. Plupp. Ach, hier steht das Ding, deswegen wurde das immer lauter, als ich näher kam. Ja, ich habe es oben beim Lift hingestellt. Ja. Oh. 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 Schön, von hier aus sieht man schon meine Betonwand. Nice. Oh, ich glaube mein Projekt war völlig sinnbefreit. Warum? Äh. Ach Gott. Weil es glaube ich mehr Sinn macht, ähm, einzelne Kleinstfabriken für sowas zu bauen. Also, dass du quasi jedes Teil in einer eigenen Fabrik machst oder dass du jedes Teil für einen Teil in einer einzelnen Fabrik machst? Ähm. Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber zum Beispiel brauchen wir für die modularen Motoren, also Teil Nummer zwei, brauchen wir intelligente Beschichtung. Mhm. Und für die adaptiven Steuereinheiten und müssen wir auch automatische Verkabelung herstellen. Mhm. Mhm. Also der Turm wird elendig riesig werden. Mhm. Ja gut, ich meine, zumindest die intelligenten Beschichtungen brauchst du ja nicht nochmal machen, weil die werden ja, oder hast du die da jetzt auch schon drin in der Fabrik? Hier ist eigentlich fast alles drin. Achso. Ja, da wird hier jetzt einfach nur für den Schredder zehn Verkabelungen hergestellt. Die geben halt auch jedes Mal tausend. Ja. Ja, ich bin grad echt am überlegen, wie man das denn am schlauesten machen könnte. Hm. ich glaube nämlich diese bauteile ist es einfacher die vielleicht so semi hand zu kraften also so wie wie ich das gemacht hatte gestern oder ja genau ja ich fürchte es fast also ich glaube fast dass das einfacher ist als dafür jetzt irgendwie eine riesig große fabrik dahin zu stellen ich dachte nur man braucht immer die gleichen ich hatte nicht mehr in erinnerung dass sich das immer ändert also ja du brauchst eigentlich die gleichen aber das erweitert sich dann ja noch also zum beispiel die gleichen für die nächste stufe dann ja genau zum beispiel für die für den letzte für das letzte teil brauchst du halt diese verkabelung und dann brauchst du auch noch computer also ich würde sagen es macht mehr sinn eine große fabrik für computer herzustellen weil diese verkabelung die kriegste ja automatische verkabelung dann nimmst du dir einfach stellst du dir vier fabrikatoren hin und schmeißt da stratoren und kabel rein ja also hätte ich jetzt gesagt macht sinn aber ich gucke noch mal eben was das können wir direkt mitmachen also so Vielen Dank. Habe ich mir. So. Wusste ich es auch. Hast du denn bei dir da hinten überhaupt eine Ölquelle? Nur die, die wir noch nicht anzapfen können. Ah, okay. Genau. Haben wir auch die nächsten Stufen schon freigeschaltet. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass du dann auch so weit bist. Was für nächste Stufen? Äh, die Phase. Die nächste Phase. Ach so, okay. Ich habe gestern einen auf YouTube gesehen. Der hat, ähm, jeden Scheiß über, ah, wie heißt das gleich noch? Über einen langen, äh, über ein langes Förderband hergestellt. Wie meinst du? Äh, warte, Moment, ich, so. Der hat eine extrem lange Plattform gebaut, also wirklich extrem lang. Mhm. Und dann, äh, hat er am Ende einfach Eisen reingepumpt und dann immer, äh, die Fabriken davon abgezweigt. Und dann immer zwischendurch nur, äh, äh, wie heißt das gleich noch, Eisen dann nochmal da reingebracht. Äh, ich muss mal eben nochmal neu joinen. Okay. Der baut schon wieder Sachen nicht. Beziehungsweise er hat sie wahrscheinlich gebaut, ich kann es nur nicht sehen. Mhm. Ja, es konnte keine Verbindung zum Server her, doch jetzt. Soll ich den Server doch mal neu starten? Mhm. Wir probieren das nochmal. Und dann, äh, wär das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, nicht, dass der da irgendwelche Probleme macht. Mhm. 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 Kann ich auch Farben irgendwie wieder wegnehmen? Ich glaub dann, dann musst du mit dem Original Farbton wieder drauf gehen. Und was, wenn vorher kein Farbton drauf war? Ja, dann, keine Ahnung. Ja, dann, keine Ahnung. Ja, dann, keine Ahnung. Äh. Naja, vielleicht mach ich das aber auch in der Farbe. Also, ich kann das einfach übermalen. Ja, ja, aber es war ja vorher quasi keine Farbe da drauf. Ja? Was hast du denn angemalt? Eine Wand. Eine Betonwand. Aber es ist nicht schlimm. Ich mal die hier grundsätzlich einfach alle an. Okay. Ja. Und sonst gibt's oben den, das Standard 1 Farbfeld. Mhm. Ja, das ist dieses Orange dann wieder, ne? Genau. Naja. Ich mein, ähm, ich hab nämlich die Betonwände im Hintergrund vor den Betonpfeilern auch in Anführungszeichen schwarz gefärbt, die dann natürlich nur dunkelgrau aussehen. Aber so hebt sich das Ganze halt nochmal ein bisschen hervor und es sieht nicht so eintönig aus. Ja. So. 2. Und jetzt? 1,5. 1,5. Das heißt, ich kann das auch bis hier hingehen lassen. Jetzt muss man eben gucken, ob das dann hier ein anständiger rechter Winkel wird. Ne, wird es nicht. Ich habe aber was richtig geiles eben gerade noch festgestellt. Du kannst direkt auf Lüfte, hier wie heißt das gleich noch, kannst du diese Splitter draufsetzen. Dann bringst du die einfach auf die Höhe die du haben möchtest und wenn dann gesplittet werden soll, funktioniert das so. Sehr gut. So, es hat hier jetzt eine Wandhalterung. Macht er das automatisch dann? Ja, ne? Das sieht aus wie eine Wandhalterung. Wird wohl eine sein. Das sollte er eigentlich automatisch machen. So, jetzt ist nur die Frage, was er hier getan hat. Das kann ich dir nicht beantworten. Modulare Raum. Da. Ja. Zum Grund. Ja. Die vorgängst. So, was ist das hier? Oh, als ob ich das alles geplant hätte. Jetzt auch los haste nicht. Ne, das was ich jetzt gerade baue ist nicht in meine eigentlichen Planungen drin gewesen. Hm. Aber ich dachte mir, das größte was wir aktuell bauen könnten, sollten wir vielleicht auch nochmal fertig stellen. So, jetzt sieht das anständig aus. So, jetzt muss ich mir nur überlegen wie ich hier weitermachen will. Ich glaube, ich werde an den See gehen, um dort das Wasser für die Gummi- und Kunststoffproduktion zu fördern. Das heißt, ich brauche aber erstmal noch die Raffinerie, wo ich überhaupt Polymerharz herstelle. Okay! Stop. So! So! ARD Text im Auftrag von Funk Okay. So. Was ich machen könnte, ist, dass ich... Ich brauche das Wasser nicht dort, wo ich das Öl verarbeite, sondern dort, wo ich die Komi und Dingens herstelle. Mhm. So, und hier kommt ja erst mal nur das Rohöl runter. Okay. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh, so. So, wenn ich 1350 Kubikmeter Öl pro Minute fördere, äh, 1350 durch die 6. Heißt, ich habe 225 Kubikmeter pro Rohr hinterher. 300 können unsere Rohre aktuell, ne? Ich bin der Meinung, ja. Ja, 300 Kubikmeter pro Minute, das passt also sehr gut. Guck mal oben links, äh, oben rechts meine ich, sorry. Oh, nice. Sehr cool. Ja, da werden jetzt 10 Stück pro Minute hergestellt. Mhm. Und die intelligenten Beschichtung, die, ne, äh, die Verkabelung, die wird gerade geschreddert. Mhm. So. Dafür haben wir schon 5 weitere Punkte bekommen. Äh, der Produktionsplaner, so, da habe ich doch einen Turbo-Treibstoff drinnen. So, ich brauche 23 Raffinerien. Oh Gott. Und die mir nur Treibstoff herstellen. 23 nur für Treibstoff, beziehungsweise die halbe davon, die kannst du dann haben für, nein, die, 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 die halbe davon, die ist dann für, ähm, den normalen Treibstoff, um den dann hinterher in der Umfüllanlage zu verpacken, damit wir den für unser Jetpack benutzen können. Und für die Autos. Genau. Oh, ich glaube, das hier könntest du noch gebrauchen und, ja. Oh, ich glaube, das ist so. 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 Um. Das ist dann die Frage, ob es Sinn macht, das Ganze einen höher zu bauen. Äh, damit wir hier über den Knuck anständig drüber kommen. Das ist hierhin, quasi. Deine Festplatte ist fertig. Ja. Entweder reine Quarzkristalle, das wäre dann Wasser mit, äh, Rohquarz in der Raffinerie. Mhm. Oder, ähm, Eisenerz mit Limestone, äh, zu Eisenbarren. Ich würde vielleicht die Quarzkristalle nehmen, oder? Moment, wofür brauchen wir das Quarz hinterher? Für Computer, glaube ich. Ja, dann würde das, äh, Quarz-Geduldsbrumst da, äh, denke ich, was auch gut sein. Hallo, Spadi, danke für deinen Raid. Was habt ihr schönes gespielt? Hallo, hallo, hallo. Und hallo an alle, die dazugekommen sind. Äh, ja, es ist, äh, viel Denkarbeit gerade, weil ich, ähm, meine, mega-Stromfabrik gerade so ein bisschen plane. Ähm, und... Dafür brauche ich sehr viel Platz und, äh, ja. Ich habe hier dummerweise einen Block zu weit unten gebaut, heißt, ich habe hier Gemüse drin. Die Frage, ob mich der eine Hubbel hinterher stört, ich glaube nicht. Ach komm, egal. Da muss ich jetzt nicht alles nochmal umbauen. Denn einen Hubbel sieht man hinterher sowieso nicht mehr. Hier wird man wahrscheinlich eher nicht mehr lang gehen müssen. Wahrscheinlich. Corekeeper, Bosse klatschen und bauen, skalieren, skalieren, skalieren. Oh ja, fühle ich, fühle ich sehr. Mhm. Der Multilink ist ja angeheftet, also, äh, falls ihr ein bisschen Abwechslung zum rein raus, also zum rein überlegen, wie ich hier eine Fabrik bauen kann, braucht, dann schaut gerne in den Multistream, dann, äh, seht ihr, wie actually ein bisschen was mit Maschinen geschieht. Äh. Ich weiß ja nicht. Ja, doch, ich schon. So, ab hier kann ich dann quasi nach... Ich glaube, ich möchte dann aber... erst mal nur nochmal zwei nach vorne gehen. Äh, du und Kraftwerke, das war schon bei Foundry so. Ja, I love it. Nur, dass ich hier halt die Möglichkeit habe, mit unendlichen Ressourcen zu arbeiten. Und unendliche Ressourcen bedeuten unendliche Möglichkeiten. Naja, die Ressourcen hier sind auch endlich. Ja, aber sie verbrauchen sich nicht. Äh, ja. Ich muss jetzt erst mal was essen. Macht das, macht das. Ich wünsche euch einen schönen Stream. Dankeschön. Danke nochmal für den Rage. Guten Hunger dir. Oh, genau. Guten Hunger. b Zeigelt Wenn du med feminist in Ragesstift verlinkst. das 19, also 2015 warte mal ich muss mal hier gerade ganz kurz warum ist das denn hier jetzt auf der falschen höhe mein problem mit dem gras in drin hat sich glaube ich gerade erledigt ist das jetzt gut oder schlecht einerseits gut weil das gras dann weg ist andererseits schlecht weil ich hier noch mal alles weg machen muss ja 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 da jetzt habe ich aber die richtige höhe erwischt genau und jetzt geht das nämlich auch über den grasbuffel drüber ja 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 Obala. Ich bin runtergesprungen. Perfekt. Okay. So, und ab hier kann ich dann schräg runtergehen. Oh, der war falsch. Oder ich mach das so. Das hier. Gibt es im Shop eigentlich auch Fundamente, die... Ach, Moment, Ecke aufwärts, das könnte funktionieren. Die? Nee, alles gut. Hat sich erledigt, ich hab was gefunden, was funktioniert. Okay. So, dann geht es ab hier. Oh, verdammt. So, hier kommen dann nochmal zwei neue dran. Und ich glaube, ich gehe tatsächlich sogar noch einen weiter runter. So, dann geht's. Nein. Okay. Also ich frage für einen Freund, aber um wieviel Uhr haben wir noch mal angefangen? Äh, weiß ich nicht. Okay, wir sind schon drei Stunden live. Joa. Das ist so ein bisschen was, ne? Hm. Kann ich das auch... Joa. Ja. 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 Nein, das funktioniert nicht. Schade. Achso, gibt es Dreiecksfundamente? Dreiecksfundamente? Mhm. Ja. Nee. Es gibt nur die Rampen. Im Shop meine ich. Also du musst jetzt nicht sofort nachschauen. Nur wenn du gleich irgendwann mal am Shop vorbeiläufst, dann wäre es cool, wenn du schauen könntest. Du könntest aber auch einfach überlappen lassen. Das funktioniert hier aber nicht so, wie ich möchte. Und dann steht das eine Fundament immer so hervor. Das funktioniert leider nicht so gut. Drei, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Du hast die Möglichkeit, noch Sachen zu bauen, ne? Wie? Du hättest ja einfach bei dir einen Awesome Shop setzen können. Oh, shoot. Aber so wie ich das gesehen habe, nein. Schade. Am besten finde ich ja unsere Energiespeicher. Durch das grelle Orange sehen sie astrein aus wie Durazellen. Nein. Ja. Hey, warum darf ich denn damit nicht nach unten bauen? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss mit dem ganzen Ding hier noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich glaube, ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen weitergehen. So, und auf die Höhe... ...kommt dann die endgültige Fabrik hin. Also die Raffinerie, die den Treibstoff herstellt. Wobei das eigentlich auch Schwachsinn ist, eigentlich könnte ich den Treibstoff auch direkt hier oben herstellen. Für Raffinerien brauche ich Motoren, ne? Ja. Ja. Das haben wir Motoren schon hergestellt. Okay. Aber noch nicht automatisiert. Okay. Glaub ich zumindest... Ne, haben wir noch nicht. ... 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 kann jetzt die Festplatte unten holen, die bei dir da rum liegt. Sehr cool. Hast du ein bisschen Öl angeschlossen eben? Ne, ich habe Plastik gefunden. Achso. Oh. Za. Oh. Jetzt kann ich mal eben wieder die... Moment. 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 No, weißt du nicht. Na. Na. Die. Na. Yer. Na. heilige kacke 60 Okay, ich musste gerade mal kurz Jetzt ist das immer noch nicht angemalt Okay, ich glaube, das ist wieder ein Fehler Ja, okay, das wird mir nur nicht richtig angezeigt Dann ist das fein Okay Triggert mich auch überhaupt gar nicht, dass da ein So ein Ding noch hell ist Okay Ähm So Oh 1.350 durch 6 sind 225 pro bohr durch 60 sind 3,75 macht wahrscheinlich sind eine komplette ebene für die rohrverkabelung zu nehmen weil ich muss die damit das anständig zwischen den raffinerien hin und her läuft damit das anständig da hin und her läuft werde ich mein kopf funktioniert gerade nicht warte kurz lass mich kurz überlegen ich muss die rohre alle zusammenführen und wieder auseinandersplitten weil ich die sonst die aufteilung zwischen raffinerien nicht hinbekomme weil mit einem rohr kann ich 3,75 raffinerien betreiben ok ja genau so und da ich aus den raffinerien auch noch zeugs abtransportieren muss hinterher würde es sinn machen wenn ich eine zwischendecke mache ist auch die frage ob ich dann zweier höhe an zwischendecke nehme ich glaube das würde sinn machen ok weil ich muss habe nicht nur rohre die ich da drunter in der zwischendecke verkabel muss sondern ich habe auch noch förderbänder für das polymer harz ok und ansonsten wenn ich nur einen block hoch platz lasse ist das glaube ich zu wenig platz da kriege ich das glaube ich nicht alles drunter mhm ok und ok ich in ich 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 Das sieht aber kacke aus. Was? Wenn ich das so hoch mache. Ich versuche die Zwischendecke unter die Ebene hier zu packen. Ansonsten sieht das nämlich mit den Rogenkacke aus. Der Abstand, der war perfekt. Quasi. Ich schaue die kinderen. Und dann kommt von der Wand. Das sieht so hoch. Ich schaue die Kacke aus. Ich schaue die Träute. Ich schaue die nicht. Ich schaue die Kacke aus. Ich schaue die Menge. Ich schaue die Kacke aus. Ich schaue die Kacke aus. Ich schaue die andere Kacke aus. Oder ich mach die hier einen höher. Also quasi auf die Ebene. Ich mach das, worauf ich gerade stehe, nochmal weg. Das geht auch. Ich lass das erstmal da. Für den Fall, dass ich das doch so mache. Auf der Höhe. Auf der Höhe. So, und auf die Plattform kommen dann die Stützen hin. Und dann... So, perfekt. Sehr gut. Ähm. Ich hab was richtig gutes gefunden. Das wird grad auch ausgiebig eingesetzt. Okay. Die, ähm... Wie heißt das gleich noch? Die Hochspannungstürme. Mhm. Weil die kannst du echt weit spannen, ohne dass du diese ganzen kleinen Sachen da machen musst. Oh. Kein Koffer mehr. Oh, und auf der Internetseite, wo wir die Pläne uns angucken, ne? Mhm. Da kannst du ja auch Baupläne holen. Ja, es gibt auch Megaprints, aber die muss man quasi in den Spielstand, also über die Karte von denen, über die interaktive Karte, musst du den Megaprint auf deinen Safe laden, und dann musst du dir den Safe neu runterladen. Und dann hast du das Gebäude quasi fertig da drauf. Okay. Okay. Das hört sich irgendwie ein bisschen nach, äh, cheaten an. Das ist total cheaten, weil du verbrauchst de facto keine Materialien und gar nichts dafür. Ja, dann ist es eindeutig cheaten. Ja. So, ich brauche, äh, Motoren, damit ich rumtesten kann. Ich weiß, wie ich das mache. Ich, ähm, verbinde die ersten drei mit den Rohren, mit dem ersten Rohr. Ab der vierten nehme ich dann das erste Rohr plus das zweite Rohr. Mhm. Und dann, äh, gucke ich, dass ich quasi immer dieses bisschen, was bei dem einen Rohr dann noch übrig bleiben würde, in Anführungszeichen, dann in das nächste mit reinschiebe. Okay, das ist entspannt. Okay. 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 Man sieht halt, wenn man von oben runter kommt, nur überall leuchtende Förderbänder. Das ist richtig lustig. Ah, okay, da bist du. Ich war gerade so, hä, wo bist du unterwegs? Ach so. Ja, äh, sorry. Hey, alles gut. Ich war gerade dabei, dass ich nur mit meinen Zuschauern rede. Ah. Das geht ja immer gar nicht. Ja, entschuldigen Sie bitte. Äh, Motoren, dafür brauche ich Starttoren und Rotoren. Richtig? Genau. Hallo Typisch Borking, da hat der Spadli mich hierher gebracht. Ja wunderbar. Willkommen. Ähm. So, Starttoren mache ich mit Kabeln und Rotoren, heißt ich brauche doppelt Rotoren. Es gibt aber noch ein alternatives Rezept, das habe ich schon aktiviert. Das ist, ähm, Kabel plus Stahlrohr kriegst du ein Strator. Das ist sehr, sehr praktisch. Oh ja. Oh ja. Hyper Tube Cannon fertig. Ich bin auch mit color ventorten. Ja. Okay. Okay. Jetzt. Ja. Das ist sehr, sehr streit. Oh ja, so kann man viel schneller in die Base fliegen. Hast du eine HyperTube gebaut? Ich habe den Eingang von der HyperTube unten beim Kraftwerk ein wenig beschleunigt. Oh. Kleines bisschen. Kleines bisschen? Jo. Ich brauche echt viele Maschinen für das, was ich da vorhabe. Ich brauche 23 Raffinerien nur für den Treibstoff, 24 Fabrikatoren für die verdichtete Kohle und 40 Raffinerien für den Turbo-Treibstoff. Bleh. Ja. 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 Flup, ich finde das so lustig, man hört nur dieses Flup. Ja, und irgendwann gibt es das im echten Leben und dann passiert auch nur noch das. Ja, bei manchen Leuten müsste man dann aber eine extra große Röhre nehmen. Oh ja. Sonst bleiben die stecken. Das wäre mit Sicherheit nicht sicherheitskonform. Hm. Ich weiß ja nicht. So, wir fertigen mal eben. 100 Motoren, ach Quatsch, 50 Motoren. Da kriege ich 5 Raffinerien mitgebaut. Höhen von insgesamt 63. Ähm, wir haben keinen Strom mehr. Ich hoffe, du hast irgendwas gemacht. Da hängt zu viel dran. Dann müsste unsere Dingsons-Fabrik abgeschaltet werden. Unsere was? Die Fabrik für die Bauteile. Achso, ja, ich bin eben oben. Soll ich machen? Ja, ich bin auch jetzt auch oben. Okay, dann mache ich weiter meine Motoren. Ich werde das aber auch Bescheid sagen können. Ich stehe oben in der Base. Ja, das war ja nur eben die Rampe hoch. Ich habe die Energie aufgebaut. Ich darf sie auch kaputt machen. True. Okay, was richtig gut ist, dass ich gestern erst die Notstromversorgung gebaut habe. Ja. Ich glaube, ich schiebe mir mal eben eine Pizza in den Ofen. Ich kriege langsam Hunger. Und die Motoren brauchen eh noch ein bisschen. Bis gleich. Ja, mache ich auch eben. Ja, sauber. Das hat geklappt. Ja, ich mache auch mal eben eine Pizza im Backofen. Ja, ich mache auch mal eben eine Pizza. Ja, ich mache auch mal eben eine Pizza. Ja, ich mache auch mal eben eine Pizza. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Saugerteil in dem Film. Oh, wow. Ein Roboter-Staubsauger. Oh, wie cool. Wie kriegst du mal so Anfragen? Ich hab keine Ahnung. So. Oh, jetzt bist du pink. Nice. Und, was für eine Pizza gibt es bei dir? Ähm, eine Salami-Pizza mit Käserand. Uh, nice. So, jetzt brauch ich noch die Stahlrohre. Ich kann natürlich auch einfach die Hyper-Tube nehmen, ne? Äh, für was? Anstatt da jetzt zu Fuß hinzulaufen. Ja. Haltest du. Oh, ein Stuck. Hilfe, ein Stuck. Er muss einmal springen. Ich komm nicht raus, ich springe den ganzen. Hilfe, ein Stuck. Nio. Jetzt fang nicht wieder quengeln an. Der Hund quengelt heute durchgehend, wenn er nicht schläft. Hilfe, ein Stuck. Ich muss nur jetzt die Kopfhörer, kann ich nur so halb aufhaben, damit ich den Timer höre. Achso, den hab ich extra auf dem Handy, weil der ist so tierisch laut. Den hör ich auch durch die Kopfhörer durch. Ja, ich höre durch die Kopfhörer gar nichts durch. Du kannst neben mir stehen und mich anschreien, ich höre nichts. Oh, das ist cool. Unpraktisch, wenn du einen Timer stellst, aber ja, prinzipiell erstmal cool. Oh, das ist so. Oh. 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 ich habe mir jetzt aber auch erstmal eine hyper tube gebaut zum bauplatz wo ich hin will ja ich sollte das wahrscheinlich auch tun weil der weg hinten zur kohle rüber ist halt schon sehr weit ja ja auf jeden fall da ist der eingang ich habe gar keine lust mehr eine hyper tube zu bauen wirklich nicht das ist eigentlich total entspannt das einzige problem ist nur wenn du bei der hälfte der strecke nicht mehr genügend ressourcen hast und dann zurückläufst neue ressourcen holst dann die strecke zu ende bauen dann darfst du nochmal laufen wow ich habe keine ressourcen mehr wenn man vom teufel spricht sogar dafür habe ich keine ressourcen mehr verdammt ja dann kann ich die hyper tube ja gleich mal testen ja das sieht doch richtig gut aus bei dir schon jetzt weiß ich auch warum du da hinten bauen wolltest du wolltest mal deine feminine seite durchbringen und das im hintergrund bild wow ich gucke die ganze zeit nur auf meinen betonklotz und du achtest voll auf das drumherum ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet da kommt so ein bisschen femininität durch ach ja willst du noch ein weiteres achievement haben ja such dir mal so einen hässlichen walker ach so das habe ich schon ja dann habe ich glaube ich vorgestern gemacht so wie groß sind die raffinerie riesig so da das hier ja dann mehr oder weniger versteckt ist ach schade die farbfelder werden nicht untereinander synchronisiert wie ich gerade festgestellt habe oh mein gott ist das schnell ja so kann man ein bisschen speed aufbauen oh gott ah ich glaube meine zuschauer drehen bald durch ich muss es hier nochmal neu machen also nicht komplett neu aber ein bisschen neu vielleicht ach die ärmsten aber nur ein bisschen neu ähm haben wir die äh rohrbodendurchführung schon wenn nein haben wir genug tickets um sie zu kaufen ich habe sie dir schon gekauft oh gott sei dank dankeschön zum einen weil ich sie selbst brauchen werde zum anderen weil ich mir dachte du wirst sie brauchen jetzt weiß ich nicht mehr warum ich die eine reihe da gerade weg gemacht habe kann ich dir auch nicht sagen ja du hast schon wieder quatsch im kopf du bist so doof so schlimm mit ihr und noch viel schlimmer oh so ah peepers 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 Ist der Strom schon wieder weg? Es kam keine Meldung. Okay. Ah, ich habe den Strom hier nicht angeschlossen. Okay, gut. Der Moment so, oh shit, oh shit, no please, no und. Ja, genau, das war mein Gedankengang. So, wie schnell ist denn die Reise? Ja, das nenne ich Reisegeschwindigkeit. Ja, das war mein Gedankengang. Oh. Hä? Ja, das war mein Gedankengang. 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 Meine Pizza ist fertig, ich bin gleich wieder da. Okay. 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 Oh, meine auch. Okay. 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 Und hier nur ausprobieren, ob ich die überhaupt so verbunden bekomme. Wir gehen schon arg ineinander rein, ne? Okay. Alternativ... Sollte ich aber auch sagen, dass ich von... ...dass ich die ähm... Raffinerien drehe... Warum? Dass der... Was? 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 Warum drehst du die Raffinerien? Achso, dass der Input von der anderen Seite kommt. Aha. Dann brauche ich quasi... So würde es, glaube ich, nicht mehr passen. Eins, zwei... Kann ich bei den Rohren auch sagen, dass die quasi rechte Winkel haben sollen? Muss man mit eher gucken. Okay. Horizontal zu vertikal Nudeln. Winkel. Auto 2D und Auto. Hä? Ja, so hat es einen rechten Winkel. Aber nicht automatisch. Okay. 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 So, okay. Also fleze aufzuschäden, können wir wärmerken. So, dann banco. Okay. So, so wird das aber von der Verrohrung her erstmal passen. Das sieht doch gut aus. So, ich kann dich mal besuchen. So. So, ich kann dich mal besuchen. So, ich kann dich mal besuchen. Die kriege ich auf jeden Fall auf einer Plattformbreite untergebracht. Das heißt, ich werde hier die Raffinerien, ich denke, ich werde ab hier anfangen. Ich werde hier die Raffinerien, ich werde hier anfangen. Ich werde hier anfangen. Ich werde hier anfangen. Ich werde hier anfangen. Und davon mache ich jetzt 23. Machst du das auf einer Ebene oder auf mehreren Ebenen? Ich habe überlegt, das auf mehreren Ebenen zu machen. Ja. Ist nur so schade, dass genau der Teil hier mit den Rohren, den man von Weitem so schön sieht, dann komplett durch die Raffinerien verdeckt sind, weil die so riesig sind. Ja. Überall funkelt hier irgendwie orangene Teile durch. Mhm. Ja, das ist, du musst re-loggen und dann hört das auf. Ah, okay. Ja, ich lass mich mal bauen. Mhm. Ich meine, mhm. Das macht ja nix, wenn gewisse Dinge von der Raffinerie rausgucken. Das würde dann die Höhe hier betreffen. Na gut, dann habe ich zumindest noch ein bisschen Rohre, die rausgucken noch oben hin. Ja. Oder du ziehst es einfach noch weiter nach oben. Was? Äh, das mit den Rohren. Die müssen ja nicht unbedingt gefüllt sein. Hm, doch, natürlich werden die gefüllt. Da kommt das Öl runter. Naja, aber als Deko-Objekt kannst du es ja weiter nach oben ziehen. Mhm. Das meinte ich. Stimmt, das könnte ich auch machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Danke. Danke. Bitte. Zwischendurch bin ich mal zu gebrauchen. Du bist meistens zu gebrauchen. Dankeschön. Außer du hast einen totalen Brain-Afkar-Moment. Aber den hat jeder von uns. Ja, das ist aber ganz normal, denke ich. Mhm. Oh ja, das sieht auch auf dem Dach dann richtig gut aus. Hm. Wenn so ein Teil der Raffinerie dann oben rausguckt. Hm. Das ist dann wie so Rohre teilweise, die durch die Decke kommen. Das ist ganz cool. Ach, wie kann das denn jetzt schon wieder sein? Nee. Was? Er setzt die Fundamente teilweise nicht richtig dran. Und jetzt auch schon wieder. Soll ich doch mal den Server neu starten? Nee, das hat tatsächlich nichts mit dem Server zu tun. Sondern einfach das wegen den Betonpfeilern. Achso. Dass der da anders dran snap. Das Cuz ja echt gut. talking ab. Und jetzt das ganzeden. Es ist gut. Also, es hilft, es heilt die Húpiter. Auf dem Holly gibt es so. Kommt mir auf Potenzial. Dann promitieren wieder hier sehr. Wow du was. Das war die Callruppe. Jetzt dauert mal also. Ja das Spürbuch. Das war da jetzt. Auf die beetle warол �. Das war ich vielleicht fast. Soger bin운. Und du auch wirklich gak immer wird. Das war's für heute. Gut, dass diese Wanddurchführungen von den Rohren eigentlich total useless sind, weil wenn du die Rohre vorher dahin baust, kannst du trotzdem drückwärmen. Ja. Tja. Egal. Und ja, ich hab's mir angeguckt. Haha. Es war... Das ist gut, oder? Interessant. Das war's für heute. 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 Festplatte oder? Ja, Festplatte. So, das erweitern wir noch um zwei. Oh, das ist doch viel geiler. Gummi plus Kohle, ne, Petrolkoks gleich Elektrodenplatine. Das nehmen wir. Ja, Petrolkoks stelle ich dir aber, glaube ich, dann in meiner Fabrik nicht her. Aber wir haben ja noch genug andere Ölquellen auf dieser Karte. Ja, genau. Und hallo, Lala. Hi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was sagst du zu Dries? Fragt Lala Ist eine Stadt in NRW? Äh, Sachsen, glaube ich Ich habe keine Ahnung Wurde wieder irgendwer irgendwo abgestochen oder woher kommt die Frage auf einmal? Ich habe keine Ahnung Also sonst keine Ahnung, ist eine Stadt Ah, okay Äh Nö Nö Oder ist das da, wo die Brücke zusammengekracht ist? Oh stimmt, das kann auch sein Ja Lala, du kannst nicht teasern und dann nix dazu sagen Ja, da ist die Brücke zusammengeschützt Ja Selbstgemacht Ja, ich wollte gerade sagen Selbstgemachte Leiden von der Wirtschafts- oder von der Politik da vor Ort Also dümmer geht es schon gar nicht mehr Muss man leider so sagen Ich glaube ich verbreite das Ganze noch auf jeder Seite um einen Damit ich in der Mitte mehr Platz habe, um durchzulaufen Weil das halt schon hart eng jetzt Wenn ich hier die ganzen Dinger hinmache Ja, würde ich auch Äh Schlamperwirtschaft Haa Ja Oder Ach, der Haushalt muss schön sein Brauchen wir noch was? Nein, brauchen wir nicht Ah, der Haushalt muss schön aussehen Und das über die letzten 30 Jahre Und dann wird da nicht einfach eine Brücke gesperrt Sondern Was wird gemacht? Es wird unter den Teppich gekehrt Weil die Gutachter haben keine Idee Von was sie reden Sorry, Lala Ey, ich hab sorry gesagt und Ich hab jetzt 5 Stunden Warte Fast 19 Stunden lang Nicht drauf achten müssen Also ein bisschen Äh Ja So Ich hab uns mal Ich hab uns mal ne Ne Vereinfachung gebaut Okay Weil wir sowas später eh noch bauen werden Aber da hab ich aktuell keine Lust drauf Wahrscheinlich Wahrscheinlich Äh Ne Miniatur Motorfabrik Wo wir nur Einzelteile reinschmeißen müssen Oh ja Hier kommen hier kommen die Rohre dann an und gehen dann da lang Also du Theoretisch muss ich auch noch einen weiter nach hier gehen Also du Ich hab das auch extra Mit Symbolen alles angelegt Voll gut Lieb ich Dauert halt alles nur ein bisschen Aber Das ist ja nicht schlimm Das ist ja nicht schlimm Ich glaube, ich mache 10 auf der Ebene hier. Moment, so. Ja. 10 auf der Ebene und 12 auf der da drunter, beziehungsweise 13 auf der da drunter, weil dann kann ich auf mehreren Etagen arbeiten. Und dann kann ich die Rohre nochmal rausführen und nochmal offensichtlich nach unten führen lassen. Ich denke, das wird ganz gut aussehen. Weil mein Ziel ist ja nicht nur, dass der ganze Bums hier hinterher funktioniert, sondern auch, dass es halbwegs gut ausschaut. Was? Weil das hier wird was, was definitiv für immer stehen bleibt. Zwei Stunden später. Nee, ich mache das doch anders. Ja, oder? Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Ja, ich glaube nicht, dass wir in zwei Stunden das schon... Nein. Das wäre schön, wenn das in zwei Stunden alles stehen würde. Aber... Da glaube ich irgendwie nicht dran. Okay. Das wäre geil. Okay. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, ich lasse das doch von der Höhe her so. Also anstatt hier oben das für Deko noch weiter nach oben zu ziehen. Weil aktuell schaut halt nur das Oberteil von den Raffinerien mit oben raus. Ja. Heißt, von dem Weg da hinten dürfte das sogar ganz cool ausschauen. Das sieht aus, als ob du einen Föhn in die Wand gesteckt hättest. Ja, ein bisschen, ne? Ja. So, neue Festplatte. Kann man Wandstromhaltung auch an der Decke befestigen? Ja. Oh, so gut. Lieb ich. Ähm, nehmen wir Polymerharz oder... Stahlschrauben. Ich würde Polymer nehmen. Warte, warte, warte. Was ist das unten? Was? Ähm. Ich bin gerade verwirrt, weil normalerweise, also wir produzieren Polymerharz, indem wir, ähm, Treibstoff herstellen. Und nicht Schwerölrückstand. Mhm. Lass ich mal kurz was nachgucken. Äh, Schwerölrückstand. Äh, das Rezept werden wir wahrscheinlich nicht verwenden. Also nicht hier, wo ich bin und wir produzieren... Äh, Sekunde. Polymerharz. Ja, der produziert halt... Äh... 40 pro Minute bei mir. Und bei dir 130 pro Minute. Ist die Frage, ob wir so viel brauchen. Mhm. Wir können auch einmal neu scannen. Ja, dann nimmt's einfach erstmal. Neu scannen, ne? Mhm. Oh. Äh... Kohle plus Kristalle gleich... Oh, hier. Verschraubter Rahmen. Anstatt... Verstärkte Platten und... Äh... Ja, nehmen wir die. Also brauchen wir jetzt verstärkte Platten und, ähm... Eisenstangen dafür und keine Schrauben mehr. Andersrum. Ne. Jetzt gerade werden die modularen Rahmen mit Schrauben gefertigt. Oh, ja, schon. Also, du müsstest mal reingehen, aber ich meine... Ich meine, dass ich dahinter noch welche habe, die Schrauben herstellen. Genau, Schrauben und, äh, verschraubte Platten. Ne, Stangen und verschraubte Platten. Ja. Hm, stimmt. Die Schrauben brauche ich für die verstärkten Platten. Genau. Hm. Das wollte ich nochmal eben machen. Oh, ich lieb's. Ich lieb's total. Aber ich brauche ganz dringend Licht hier drin. Ich muss warten, bis Tag ist, ansonsten sehe ich nix. Ne. Oh Gott. Mhm. 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 Ich schicke dir einfach mal den aktuellen Spielstand zu. Mhm. Ich könnte eigentlich auch Adminrechte geben auf dem Server. Ne, 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 lass das. Ich hab Angst, Sachen kaputt zu machen. Oh, okay. Ich bin gut da drin, Sachen kaputt zu machen. Gib mir keine Adminrechte. Okay. Also du kannst da eigentlich nicht viel kaputt machen, außer... Ich find was. Wenn du, äh, einfach nur weil du testen willst, kreativ einschaltest, dann werden für den Server alle Achievements blockiert. Oh. Ähm. Ähm. Moment. Wenn ich einen Förderlift so dransetze, dass der mit diesem komischen Schlauch, der da rausguckt, direkt an die Maschine dran geht, brauche ich dann noch ein Förderband? Nein. Okay. So, weil das hier ist dann der Abtransport vom Polymerharz. Ja, sauber. So, dann kommt hier noch die Pipeline-Wand-Durchführung, Bodendurchführung, Fundament, wie auch immer hin. Bitte sag, dass das funktioniert. Yes. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß, man sieht gerade nicht so wahnsinnig viel bei mir. Wahrscheinlich seht ihr noch mehr als ich. Du musst mal B drücken. Ach ja, es gibt eine Taschenlampe. Das war's. Cool. Okay. 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 Das ist Charter. Es ist wahrscheinlich auch total sinnbefreit, wie viel Zeit ich damit aufwende, die Rohre farbig anzumalen. Aber ich lieb's halt, die in der Farbe zu haben von der Flüssigkeit, die da durchfließt. Naja. Und wenn du das alles mit dem selben Farbschema gemacht hast, dann kannst du die später auch alle gleichzeitig umfärben. Ja. Da ist ein Fehler. So. Oh. Ähm. Äh. Ich brauchte Draht. Oh. Falsch. Also alle Rohre blutrot. So oft wie wir hier sterben, auf jeden Fall. Also ich bin noch nicht einmal gestorben. Mhm. Stimmt nicht ganz. Panzerkäfer, hallo, wo bin ich denn hier gelandet, hab nur kurz ein Nickerchen gemacht und du bist bei mir aufgewacht, ich fühle mich geehrt, hallo. Panzerkäfer. Ich lieb den Namen, ich lieb den Namen, ich find den cool. Ähm, jetzt verraten wir nochmal bitte, wie ich dieses Ding so drehe, dass die Öffnungen oben und unten sind oder, ach nee, Moment, dafür brauche ich dieses andere Ding, ne? Nein. Äh, das haben wir noch nicht. Hä? Ich kann das nicht so drehen. Äh, warte eben, bis ich da bin. Es gibt ne Möglichkeit. Scroll mal einfach. Und jetzt halt mal Steuern gedrückt und scroll mal. Mhm. Ich weiß, dass es welche gibt, die noch ne Öffnung nach oben und nach unten haben, aber das sind separate Teile. Sicher? Ja. Die haben dann, ähm, sechs Öffnungen. Und du verwechselst das nicht mit Foundry? Ah. Ähm. Bau mal ein Rohr. Und dann kannst du das mit dem Scrollen machen. Das wird nicht funktionieren, weil das Rohr hier zu gebogen ist. Ja, ja, du kannst auch. Jetzt weiß ich nicht, ob du mich verarschen willst oder nicht. Hä? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Ich stelle mich grad wirklich blöd an. Also. Du sollst ein Rohr bauen. Das baust du einfach länger als die Öffnung ist und hier in der Mitte ist die Öffnung. Und dann baust du das einfach da dran. Das ist, ähm, ja. Ja. Ich überlege gerade. Ich verfürchte, dass das für meinen Fall... ...net gate. Ich probiere es einfach mal aus. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob Flüssigkeit durchkommt oder nicht. Weil, ja, das ist hier zu eng. Das funktioniert nicht. Okay. Ja, theoretisch müsste ich den ganzen Scheiß... ...einen weiter nach unten setzen. Also die, die untere Plattform. Was jetzt nicht so viel Arbeit ist. Weil da... ...nicht so viel drauf ist. Ja. Ähm. Das Problem wird nur hier hinten sein. Ich befürchte... ...abwohl doch... ...ein weiter runter müsste gehen. Das Ding so drehen. Okay, nicht die Seite mit der Batterie. Bäh. Zuschauer, ey. Zuschauer. Ne, Mucke-Kinnie-Mama ist jetzt heute Abend für dich zuständig. Ich bin nicht mehr... ...bin out of order für dich. Nein, ich hab den Fall zum Knopf gedrückt. Und wenn Jackie die Mama ist, was... ...was bist du? Ebenfalls die Mama. Ah. Und wenn man nicht von sich selber spricht, sagt man halt die andere. Ah. Ich wollte gerade fragen. Und wer ist dann... Wie vermittelst du das dann dem Hund? Ich sag die andere Mama. Okay. Oh. Diese Kack-Wasseroberfläche. Auch wenn ich hier bin. Ich wusste, dass ein Zwischendeckengedönsbumster zu niedrig ist. Ich habe es geahnt. Ich glaube, da ist das auf jeden Fall vonnöten mit den ganzen, wie ist das gleich noch? Jetzt fällt mir es nicht ein. Ich bin dumm. Nein, bist du nicht. Ich habe eine Wortfindungsstörung anscheinend. Das ist nicht schlimm. Ja, aber ich würde gerne meinen Satz zu Ende bringen. Ja, dann überleg mal ganz genau. Also, alles was mit Rohren zu tun hat, sind glaube ich zwei Etagen besser. Ich würde schon fast sagen, dasselbe zählt auch bei normalen. Weil das dann doch, du kannst dann kaum noch über die Belze rüberspringen. Okay. 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 Dann kann das. Okay. 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 Let's go. Okay. Okay. muss ich dann gucken wie ich das da hinten mache weil da der berg so ein bisschen mit reinkommt aber so passt es glaube ich viel besser du brauche man mehr als 75 gummi oder kunststoff pro sekunde pro sekunde pro minute kommt drauf an ja eigentlich ja nicht ne also zu unserem jetzigen status na egal wortfindungsstörung hallo ich bin da peanut is arrived so ich kann das theoretisch da ich die raffinerien weit genug weg gebaut habe kann ich auch hier die rohre lang führen lassen oh ja 12 oh dann haben die nämlich zudem auch noch größeren abstand zueinander ist da habe ich auch ein bisschen mehr spielraum mhm Das war's für heute. Das muss nach hier. Das muss nach hier. Das muss nach hier. Das ist jetzt natürlich nicht so ein perfekter rechter Winkel wie bei den anderen Rohren, aber das geht hier nicht anders, weil hier der Berg halt mit reinguckt. Das ist schlecht. Ja, nicht sehr dramatisch. Nicht? Das ist nur das eine Rohr und das ist auch nur an der einen Ecke, dass das nicht zu 100% perfekt ist, aber solange das Ding auf der Außenwand nicht rausguckt, ist mir das eigentlich tatsächlich gerade relativ egal, weil Hauptsache es funktioniert. Finde ich gut. Jetzt darf ich Rohr anmalen. Okay. 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 Och. Okay. 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 Das war's. Oh, yay. Okay, super. Ich baue mal eine Gummi- und Kunststofffabrik, ne? Ja. Bis ich mit meiner fertig bin, da war es ja sowieso noch... Ja, und du machst ja eher Treibstoff als... Nein. Nein? Weißt du, wie viel Gummi bei mir hinterher rauskommt? Ich dachte, du machst nur Turbo-Treibstoff. Nein, bei mir kommen... Je nachdem, wie wir es takten... Also, ich habe 675 Polymerharz. Ich kann 8... Wenn ich genau Hälfte, Hälfte mache vom Polymerharz, dann habe ich hinterher 9 Gummifabriken und 6 Kunststofffabriken. Dreck produziert aus dem Polymerharz, ne? Ja. Ah, okay. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber du gehst... ...rein auf Turbo-Treibstoff, meine ich. Ja, ja. Ja. Und ich geh jetzt rein auf, ähm, Dingstens. Treibstoff für, äh, dann hinterher den, ähm... Ich geh nur, äh, auf, ähm, Gummi und Kunststoff. Ja, aber du brauchst ja Polymerharz. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Ne. Ach, ne, stimmt, es gibt auch andere Rezepte. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Corrie, I'm Confused. Funk Times. Sometimes. Psst. We don't talk about it, okay? Okay. 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 Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Hmmmm Ich muss die Fabriken einen weiter nach innen bauen, die Raffinerien Oh, warum das? Es sei denn, es glaube ich nicht gehen wird Äh, nein, das war falsch Pipeline Bodendurchführung, das dürfte nicht klappen eigentlich Es klappt Ich muss doch nichts abändern Äh, Glückwunsch Danke Bitte Das hat mich jetzt gerade sehr, sehr glücklich gemacht Äh, freut mich Oh oh Doch Das klappt So, dann gucke ich nochmal hier vorne Weil hier vorne habe ich das glaube ich auch so komisch gemacht, ja Aber Aber Hier passt das Mal wenn ich den noch einen näher dran baue Muss die Bei den Förderliften muss das genau dran sein oder muss das einen weiter dahinter sein? Genau dran, ne? Äh, was? Die Bodendurchführung bei den Förderliften Wenn ich die direkt an der Maschine anschließen will Ne, mach einen weiter nach hinten Okay Ah Nice Okay So Farbfeld 1 Kann ich Man kann das nicht benennen? Ich glaube nicht Und wie nervig Und wie nervig Ähm Okay Das hat sich wieder gerichtet Was? Ja Hier war gerade was Was sehr, sehr komisch aussah Ach kacke Äh Nur jetzt Wünsche ich mir Äh Die Voxel Map von Foundry Nur jetzt gerade in diesem Moment Dass ich ein kleines Stückchen von dem Berg weg machen könnte Oh So schlimm Mhm Ja, das hätte da bleiben können Nee, jetzt nicht COM Ja, das hat ja Ja ce Number Man Die Voxel Somehow Und eine Okay, ich mach das jetzt so. Wie kann sich das von... Es wäre wirklich schön, wenn diese Scheißrohre in rechten Winkel machen würden. Oh wow, warte mal. Du kannst glaube ich Auto 2D auswählen. Das ist das nicht. Auto 2D ist das falsch, aber ich hab jetzt das Richtige gefunden. Nudel? Nein. Standard? Nee. Auto? Nee. Das vertikal zu horizontal oder irgendwie sowas. Ah. Ja, das war das Richtige. Okay. 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 Okay, let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! 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 So, wenn ich hier jetzt nicht das hinmache, sondern das hier. Und dann kommt ab hier die nächste Pipeline hinzu. Ich glaube, dann mache ich hier oben aber zwölf. Also jeweils sechs auf jede Seite. Ähm... Macht das einen Unterschied? Äh... Ähm... Ui, ich wusste gar nicht, dass der Cock seine Seele anzapfen kann in dem Spiel. Okay, schwarze Rohre. Oh ja. Und Zuschauer, ich habe nichts qualitativ hochwertiges gerade erzählt, sondern eher... Zum Glück nur mit mir selbst geredet. Okay. 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 Ich nutze gerade eine Platte als Pause. Okay. Das dritte kommt dann... Shoot. Das war ein zu weit nach links. Wow. Der gesamte Turbodraht wurde weggeballert. Oh. Also den ich da reingeschmissen habe. Mhm. So. Könnte es ganz vielleicht sein... Ähm... Ja. Moment. Sprechen sie sich aus? Nee. Nee, nee, nee. Nee, warte. Muss. Überlegen. So. Dann Stahl überarbeiten, Sam-Ohr verarbeiten, Katerium-Produktionsliste. Das hört sich nach einem Maßnahmenplan an. Verdammt. Das scheint einer einen größeren Plan zu haben als ich. Also mehr Plan von dem, was er da tut als ich. Das wollte ich damit sagen. Wieso? Weil ich literally gerade nur rumprobiere und hoffe, dass es am Ende funktioniert. Okay. Mhm. Äh... Ach. Entschuldigung! Joche-D08-D08-PM-D103-Jimitzen! so damit falsch rum, dann drückt ihr hier wieder zurück brauche ich theoretisch ähm es kann sein, dass du überhaupt keine Pumpen brauchst wieso äh, weil die Flüssigkeit kommt doch von oben, oder? ne, die geht nach oben also ja, die kommt nach oben von oben fällt runter, geht dann noch ein Stückchen gerade durchs Rohr und dann geht's wieder nach oben ja, das reicht aus ja, und ich mein, wenn nicht, werde ich sehen ich kann auf jeden Fall Pumpen dazwischen machen also Platz dafür habe ich weil das ist dasselbe Prinzip wie mit normalem Wasser im echten Leben mhm äh, du kannst auch so Ausgleichstürme bauen da nimmst du dann einfach nur ähm pumpst es ganz hoch und dann reicht das aus ah ok weil so wie ich das verstanden habe das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen äh entscheidet ah wie heißt das gleich noch entscheidet der die höchste Höhe des Rohrs ah wie weit das geht hm ja ähm hättest du Zeit einmal den Server neu zu starten na klar super oh ich habe immer noch Pizza hier liegen dann kann ich nämlich einfach das Spiel selbst neu starten das Spiel ist grauenhaft was wieso ist das Spiel grauenhaft wir haben gleich 8 Uhr ja pumpen pumpen ab dem Punkt wo sie erst die Physik passt bei bei den Rohren hä na dann dann kann ich das ja so lassen ja während der Server neu startet bin ich noch mal kurz ab klar bist gleich achso ich bin trotzdem kurz ab ja das wie ja da wie Okay. 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 So... Okay. 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 So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Dankeschön. Ich hab meinen Kaffee vor lauter Zocken vergessen. Oh Gott. Du Honk. Die Zeit geht so schnell rum, wenn man die ganze Zeit überlegt, gebaut und wieder wegmacht, weil es nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Oh ja. Na ja, jetzt hab ich halt Eiscafé. Also, möchtest du eine richtige Meinung dazu haben oder eine böse Meinung? Absolut gar nichts hören. Am liebsten gar nichts. Hoppä. Da. Das ist wasimos. Das war's. Das war's. Das war's. Und wo bist du jetzt gerade dran? Immer noch am suchen oder? Das war's. Ja, alles gut. Ich hab nur gefragt, wo du grad drauf unterwegs bist. Achso. Ja, ich, äh, ich verleg immer noch Rohre. Ah. Das ist wirklich grauenhaft mit den Rohren. Ja, ne? Vor allem, wenn ein Rohr nicht exakt für eine gerade Anzahl an Raffinerien reicht, sondern für 3,75. So, dass du immer noch eine Zwischenverbindung machen musst. Ja. Hauptsache, ich hab im Spiel jetzt schon mehr Kaffee getrunken als in echt. Das Rohr verläuft gerade hier durch, ohne dass das irgendwo dran geht. Hä? Oh Gott, deswegen. So, und das Rohr kommt jetzt im Endeffekt erstmal hier runter. Ah, ich glaube... Ich glaube, es geht darum. Was muss ich denn hier wieder gucken? Hm. Hm. Hm, 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 hm. So viel überlegen. Mein Armelkopf. Okay. Kupmachunawa. Okay. So So, dann hier noch ein Fundament drauf und dahin. Dann kann ich hier nämlich gucken, wie das mit den Betonpfeilern aussieht. So, das müsste die richtige Dicke sein, damit ich hier, genau, die Wandhalterung wieder hinmachen kann. Dann wieder ein... Äh, wo ist es hin? Betonplotz? Da. Eins Betonplotz, eins Wandhalterung und noch eins Wandplotz. Die einzige Frage ist nur, kann man die Rückstände, die man herstellt, irgendwie verarbeiten oder geht die Maschine dann direkt in Knipp? Ähm, theoretisch hast du die Möglichkeit, ähm... Du meinst die Schwerölrückstände, ne? Guck mal, was du daraus herstellen kannst, ob da irgendwas ist. Ja, ja, kann ich, aber... Das muss ich ja irgendwo bunkern können. Reh und Hallöchen Zuschauer, was, äh... War-Server arbeiten. Okay. Ähm... Willst du Schwerölrückstände lagern oder willst du das, was du aus den Schwerölrückständen machst, lagern? Das, was ich draus mache. Was machst du draus? Turbotreibstoff. Du könntest es direkt verpacken und dann einlagern. Ähm, alternativ kannst du, glaube ich, Tanks nehmen, aber da weiß ich nicht, ob du die automatisch leeren kannst, also dass das da reingepumpt und direkt quasi wieder gelöscht wird, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Söderli, äh, ja, die Ersten sind jetzt angeschlossen. Muckelchen, geh mir nicht auf die Nerven. Boah, der Hund ist heute ganz grauenhaft. Merkt man gar nicht. Hat schon damit angefangen, dass sie mich unnötigerweise heute Morgen aus dem Bett geschmissen hat. Normalerweise macht die das auch gar nicht mehr, aber heute... Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. queen sommes zusammen je oyun am bin Okay. Die andere Seite mache ich dann erst, wenn ich dafür auch Raffinerien habe, die ich da hinstellen kann, weil das jetzt zu freestylen mit den Abständen von den Rohren und so, ich glaube, das ist einfacher, wenn ich die Deckendurchführung da dann schon habe. Jetzt muss ich mal eben gucken, wieviel Treibstoff pro Minute ich produziere. 900 Kubikmeter heißt, ich brauche drei Leitungen hinterher. Warte. Ähm. Treibstoff. 40 pro Minute. Heißt, ich kann von denen hier den kompletten Treibstoff in ein Rohr pumpen, weil 5 mal 40 nicht 300 sind, sondern 200, das passt. Das war zielsicher daneben. Warte mal, was tue ich da eigentlich gerade? Weiß ich nicht, wo bist du denn gerade unterwegs? Auch immer noch bei meinen Rohren. Ich glaube auch nicht, dass ich in diesem Stream noch was anderes machen werde, als Rohre zu verlegen. Okay. So, ich kann doch hier einfach so ein gerades Ding da durchziehen. Dann kommt hier... Könnte der mir das bitte irgendwie da dran snappen, dass ich sehe, ob das... Wow. Er snappt es nicht dran. Cool. Da das hier so piem mal Auge ist, wird es hinterher krumm und schief, ich sag's nur. Okay, alles gut. So, das funktioniert doch tatsächlich relativ gut. Gut. Heißt, hier... Kommt eins hin. Und... Dann brauche ich hier eine Wandhalterung. Das war falsch. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich einfach das Ding hier verlängere. Weißt du, ob es hier irgendwas gibt, womit man seine Grafik neu laden kann? Boah, ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht. Na okay. So. Dann hätte ich gerne einen Betonklotz hier auf der Seite. Und einen Betonklotz hier auf der Seite. Das war zu weit weg. Wunderbar. Ähm... Wie lege ich denn eine neue Farbauswahl an? Drück mal X. Ja. Und dann unten gibt es Farbauswahl. Hä? Hä? Naja. Naja, das Geld passt schon. Okay. Im Prinzip brauchte ich nur ein Geld für den Treibstoff. Oh. Oh. Auf jeden Fall. Ja... Ja. Ich hab Maurisch auch auf das Ma Netur occurrence. Um Gerät gesagt hat eine Standbele... Where ist das Gur 함? wunderbar so und auf der anderen seite kommt dann noch moment aber das müsste ja dann theoretisch ich warte bis ich die raffinerien da stehen habe ansonsten geht das nur schief also ich konnte gerade gar nicht mehr abreißen jetzt kann ich viel abreißen hier kommt dann das polymärharz runter alter ist das laut die raffinerien sind laut wie viele items kann ein mk3 förderband 270 genau genau aber das kannst du an sich erstmal ignorieren weil wir demnächst mk4 freischalten also sagst ich kann einfach polymärharz von fünf raffinerien auf ein band schmeißen ja ja warte mal eben ach klar kann ich das sind 200 ressourcen pro minute ja dann locker ja 200 pro minute ja 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 dann brauche ich ein Крас ja das ist ja so stehen dabei ich bin mal essen bis später ja lala guten hunger und ja mit später und doch das sollte passen du 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 Okay. so jetzt müsste ich den fuhr senator doch theoretisch wunderbar für die band zwischen dinge doch auch weg machen so fehlt mir hier etwas oh super oh auch so 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 ist doch schon mal schön die eine seite haben wir jetzt nämlich schon mal fertig also zumindest was zu und abtransport von rohstoffen angeht ähm ich komm mal zurück dann hole ich noch ein paar motoren damit ich äh da müsstest du dann eigentlich nur einmal in ähm wie heißt das gleich noch einmal reingucken ob noch alle materialien da sind ja genau und notfalls einmal nachlegen mhm mhm es ist noch ein weiter weg aber ich denke es wird gut aussehen wenn es irgendwann in diesem leben noch mal fertig ist wahrscheinlich werde ich morgen auf screen ich werde von morgens bis ich abends los muss gefühlt wahrscheinlich in diesem ding da bauen ja weil das ist halt auch also gerade dieses schön bauen dass da packe ich mir kopf im musik auf die kopfhörer und dann versinke ich da drin man merkt ja jetzt schon in diesem stream ich habe fast gar nicht geredet weil ich mich so konzentriere ja da habe ich dasselbe problem mit aber warum haben wir erst 210 von den stahlträgern weil wir die fabrik abgedreht abgedreht haben die müssen wir auf jeden fall wieder anstecken wenn wir offline gehen naja es ist ausgefallen weil irgendwas am produzieren war dann äh dann schalten wir die fabrik aus die momentan die eisenstangen und eisenplatten macht ja die verbraucht aber kein strom weil die nichts herstellt scheiße mhm doch natürlich hat die strom verbraucht die hat doch das weltraumlager vollgepumpt hä da wo die eisenplatten gemacht werden ja und beton auch die wurden ins äh weltraumlager gepumpt und ähm warte mal kopiert er das lager nur oder lädt er die quasi wirklich hoch dass er die aus dem physischen lager hier unten raus zieht der zieht die aus dem physischen lager raus ja dann hat die fabrik die ganze zeit produziert während da hochgeladen wurde ja aber die lief nicht ja wir haben eine kapazität von 1200 und maximal verbrauch von 2148 ja so jetzt habe ich pause 583 megawatt im gebrauch von 600 u ja selbes problem haben wir auch so äh wo hattest du die motorenfabrik hin gebastelt äh dieser kleine beleuchtete teil hier achso hä ne geh doch hier vorne okay ich dachte du willst drüber fliegen äh ich brauche 10 motoren pro ich habe jetzt schon 5 1 2 3 nehm doch einfach 3 stapel mit ja okay Entschuldigung so stratoren ist egal aber wir brauchen noch rotoren stahlrohre und turbodraht hm äh ich sollte auch noch ein bisschen stahlbeton mitnehmen ja den dann kannst du ja direkt stahlrohre mitnehmen ja ja soa der kann jetzt auch erstmal wieder bissl produzieren Aber, vielleicht habe ich was. Oh, Kacke. Oh, was wird das hier hinten? Das sieht gut aus. Achso, das wollte ich nutzen für die Eisenbahnschienen. Ah, das sieht richtig gut aus. Da fehlt jetzt halt nur noch die Eisenbahnschienen, damit ich sehen kann, wie groß das Ganze wird. Oh Junge, ich habe mir gerade die Seele aus dem Leib genießt. Hat man gesehen. Ähm. Oh. Wo bin ich? Hier bin ich. Hast du mit dem Nieser dein Kurzzeitgedächtnis geflasht? Nee, ich glaube, ich habe mir einfach das Gehirn rausgeschossen. Oh Mann. Oh boy. Huh. Was ist denn hier oben für eine Fabrik? Ist auch neu. Ja, das ist Quarz, Quarzsand und Sam. Oh, mega gut. Oh, du warst schon so produktiv in diesem Stream und ich habe einfach noch nichts geschafft. Nee, das ist von gestern. Achso. Ich habe trotzdem gefühlt noch nichts geschafft. So, Stahlträger nehme ich mal neue mit. Stahlrohre. Wie viele soll ich da oben reinschmeißen? Ja, das sieht gut aus. Achso, ja Moment, ich wollte auch noch welche mitnehmen, ne? Ich brauche die nämlich auch zum Bauen. Oh, Jesus Maria. Der saß tief. Der saß wirklich tief. Oh Mann. Es kann sein, dass die, ähm, wie heißt sie gleich noch, die, die, die Stahlträger durch Stahlbeton ersetzt wird. Stahlträger durch Stahlbeton, wo meinst du jetzt? Ähm, allgemein bei uns jetzt. Demnächst. Moment, ich komme gerade nicht mit. Egal. Bei welcher Produktion meine ich? Wofür brauchst du aktuell Stahlträger? Für Förderbänder? Genau. Und die werden demnächst durch Stahlbeton ersetzt. Achso. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja, ich, ähm. Sehr lange Leitung. Hm. Okay. Gar kein Ausdruck dafür. So. T-t-t-t-tü-tü. Ich nehme noch ein bisschen, äh, Standarddraht mit. Und Kabel. Ich nehme noch ein bisschen, äh, Standarddraht mit, äh, Standarddraht mit. Und ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht auch den einen angefangenen Stack von den Kupferblechen nochmal auffüllen sollte, so viele Rohre wie ich baue. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Ja. Das glaube ich auch. Äh, gleichzeitig sollte ich vermutlich auch nochmal ein paar, obwohl verstärkte Platten, fülle ich auch den einen Stack nochmal auf. Eisenplatten ist nicht so wichtig, aber ich nehme mal noch modulare Rahmen mit. So, ich bin schon wieder auf dem Weg zurück. So. 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 Aber nicht sagen die anderen, was ich gesagt habe. Es wäre schlecht für Morale. Ist das Kacke. Ah, hier ist noch so ein Schießevieh. Nett. Nett ist die kleine Schwester vom Arschloch. Ich kenne von Scheiße. Ah. Moment. Wenn ich 750 Treibstoff pro Minute herstelle, muss man eben... Hast du 125 in zwei Leitungen zu viel? Ach so. Ja. Nee, darum geht es mir nicht. Äh, ich muss da sowieso zwischen ganz vielen, ähm, Dingern aufteilen. So, dann habe ich 25.000. Oh. Ja. Das ist lächerlich. Mit dem, was ich hier baue, kriege ich 100 Treibstoffgeneratoren angetrieben. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinbauen will. Aber das reicht doch erstmal. Ja, das macht dann 25 Gigawatt hinterher. Ja. Reicht für den Anfang, ne? Ja. Ne, weil ich habe mir ja den Megaprint von dem Kohlewerk, was hier unten eigentlich steht, mal angeschaut. Äh, den Megaprint? Ja. Den Megaprint? Ja, den Megaprint von der Internetseite. Ah, ja. Ja. Und der sah so cool aus. Ich wollte das auch unbedingt. Okay. Deswegen wollte ich da eigentlich, äh, quasi mein eigenes Kohleding aufbauen, aber jetzt das mit dem Öl ist natürlich noch effizienter. So, das war falsch. Ja, und, äh, deswegen versuche ich das gerade so schön zu bauen, weil ich möchte auch mal so ein schönes Gebäude bauen, wie die da immer machen. Aber schön bauen und gleichzeitig, äh, so bauen, dass es von den Rohren her auch passt, ist irgendwie sehr, sehr anstrengend. Hab ich mir sagen gelassen, also von einem Freund so. Ah. Oh. Also ich kann das Ganze überhaupt nicht nachvollziehen, dass es nervig ist. Oh, verdammt. Ich muss mal eben meinem Hund die Pfötchen abtrocknen, ich bin gleich wieder da. Ich bin gerade draußen, nur um zu sagen, warum. Ich wollte gerade sagen, musst du aufpassen, Jackie fängt an an den Hundepfoten zu nuckeln. Haha. Ne, Jackie nucelt nicht an den Hundepfoten. Äh. Ich, ich mach mal eben die Pfötchen trocken, bis gleich. Bis gleich. So. Mhm, ich. Das war's. so jetzt kann es weitergehen und da ich jetzt tatsächlich dann auch mal bisschen maschinen bauer sieht es auch wieder ein bisschen mehr nach satisfactory und nicht nach factory designer aus ich wollte gerade fragen ob du noch da bist oder ob du mich schon verlassen hast auf dem weg ich bin einfach abgehauen ich war ernsthaft im überlegen eben eine ganz kurze pause zu machen einmal rundum macht das doch ja wollte ich gleich wenn ich fertig bin okay ach ja das wollte ich dir noch fragen das habe ich nur die ganze zeit wieder vergessen auf dem foto war das jackie mit drauf ja okay jetzt hat man auch mal ein gesicht zum namen ja ich habe tatsächlich den einzigen zwerg auf diesem planeten gefunden der noch kleiner ist als ich ich wollte gerade sagen guckt sie deine streams eigentlich okay dann kann ich die frage stellen hat sie bei der feuerwehr kinderklamotten bekommen nein okay weil das wäre jetzt wäre dann teil zwei gekommen müsste das nicht eigentlich die größe 38 passt ganz gut okay die ist auch nicht viel kleiner als ich die ist vielleicht vier zentimeter kleiner glaube ich vier oder sechs ich bin mir nicht sicher okay okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soh... jetzt mache ich das gleiche ich eben gemacht habe ich den gleichen fehler noch mal so jetzt müssen wir erstmal gucken wie wir die anlage wieder in betrieb nehmen können so kaputt gemacht oder was er hängt halt maßlos zu viel dran momentan ja ich denke mal dass ich hinten die stahlproduktion mal runter schraube weil wir brauchen jetzt eher gummi und kunststoff und dann den die schweröl rückstände die ich gerade produziere die pumpe ich gerade in den tank rein und dann wird daraus turbo treibstoff erstellt ja turbo treibstoff das ist auch so mein endziel hier nur dass ich meine ein bisschen aufwendiger produziere so dann so quats brauchen wir nicht mit schalter so so was verbrauchen wir denn null oh falschen fassen oh 25 gigawatt das reicht zu 5 minuten ja definitiv ok 650 und wenn ich die stahlproduktion anmache 900 ok ok so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und jetzt? Jep. Okay, der Anlaufstrom war zu hoch. Oh. Okay, so passt. Das kann ich eventuell, eventuell, ja, dann machen wir das so. Oh. Das ist zwar mehr gepuscht als sonst irgendwas, aber Ed Funk zernuckelt. Die kleinen Textur-Dinger sieht man nicht, mhm. So, dann gucken wir doch mal eben. Äh, wie viel stellen wir her? Ja, 120. Ups. Ich bin nicht zu Amazon. Hä? Nee. So, dann brauche ich hier wieder eine Treibstoff-Pipeline-Wand-Halterung. Hier wieder so ein Gedönsen. Noch eine Pipeline-Wand-Halterung. Und noch so ein Gedönsen. Wunderschön. Kann ich das schon herstellen in der Raffinerie? So, jetzt kommt der allerschwierigste Teil von allem. Die eine Seite war noch die einfache. Okay. Äh. Äh, für einen Moment. Oh. Was habe ich getan? Äh. Weiß ich nicht. So. Der Moment, wenn man erst jetzt geschnallt hat, was du eben versucht hast, mir zu sagen. Tja. Ah, Turbo-Treibstoff kann ich nicht. Ich kann aber Rest-Treibstoff herstellen. Auch gut, Hauptsache Treibstoff für die Jetpacks. Äh, jup. Oh Mann, ey. So viel in den Kopf gemacht, für völlig unnötig eigentlich. Oh, warum das? Ja, ich habe doch hier eben diese komischen Konstruktionen gehabt. Äh, mit den Pipelines, dass die runtergingen, Kreuzungen, Pumpe und so. Ja. Ja, und jetzt habe ich geschnallt, was du mir eben gesagt hast. Ich kann einfach eine Gerade durchziehen und kann dann die Kreuzungen unten auf die Gerade drauf platzieren. Ja, das war... Oh. Das meinte ich gerade mit, wenn man nach gefühlt drei Stunden erst checkt, was du mir gesagt hast. Oh Mann, ey. Ich habe sie doch... Ja, ich habe nicht verstanden... Also ich habe verstanden, was du mir gesagt hast, aber mein Kopf wollte das nicht so umsetzen, wie du es mir gesagt hast. Okay. Ja, deswegen ist man ein bisschen... Lost. Ja, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ja, jetzt sieht das hier auch ein bisschen ordentlicher aus. Oh, ich glaube, ich werde angerufen. Ja. Sie ruft mich an. Wieso ruft sie mich an? Oh, ich brauche Motoren. Okay, ich würde dann mal eben eine fixe kurze Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. to, bis zum fr kit. Ja. Und da. Ichatze Ron. Ja. Und da. Bis zum nächsten mal. Ich möchte super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das war falsch. Okay, bis dahin kann ich runtergehen, ohne dass mir der Boden in die Quere kommt. Wo ist denn jetzt meine Motorsäge? Das heißt, hier kommt Boden hin und hier kommt ein Boden hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 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 Oh, Junge, Junge, das passt wie Arsch auf einmal. Einen Tiefer hätt's halt auch nicht mehr sein dürfen. Ich frag mich ja, wann die Sachen freigeschaltet werden. Die ich brauche? Mhm. Oh, ich hoffe inständig auf Stufe 6 oder 7. Ja, Moment, 6 oder 7 können wir jetzt schon, ne? Oder 5 und 6? Ja. Naja, auf der nächsten halt. Jetzt muss ich erstmal das ganze Blattwerk, was mir hier durch den Boden durchwächst, wegmachen. Hm. Ja. Okay. So, jetzt sollte ich alles Buschwerk erwischt haben. Das ist hier aber auch haarscharf, dass der Felden oben nicht rausguckt. Ich meine, jetzt sind es dann ja nur noch zwei Rohre, die hier langlaufen. Mhm. Also zwei Rohölrohre. Oh, schuldig, ich habe eine Reihe zu wenig. So, ähm. Die Ebene muss dann wieder hier hin. Ähm, wir haben keinen Strom mehr. Ja. Mhm. Ja. 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 zumal ich ja sowieso mindestens so lange warten muss bis bis wir die mk3 meiner freigeschaltet haben ich brauche verdichtete kohle ja aber da kannst du ja warten bis also da kannst du bis mk2 meiner warten 3 aber die können du kannst ja trotzdem produzieren ja ja das schon das wäre ja hart sinn befreit also es läuft dann halt nicht ganz so effizient ja ich glaube das wäre das geringste problem oder ja 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 war du mir bei der halbort überhaupt diesen komischen turbo eingang bauen er kann ich machen Das ist doch schlimm. Naja, ich bin fast bis nach Hause gekommen damit. Mit dem Zeug, was ich dabei hatte. Was meinst du damit? Mit der Hyper Tube von dem Kohleding hinten fast bis nach hier. Oh, sauber. Jetzt habe ich aber kein Groove-Begleich mehr. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt schmeiße ich noch kurz ein paar DNA-Kapseln an. Oh Gott. Wie viele Kupons haben wir denn mittlerweile? Drei. Äh, ist nicht so viel. Vier. Was haben wir? Äh, vier Kupons wieder. Achso, ich glaube in der Truhe ist noch einer. Ja. Ja, ich, äh, ich guck mal, was man so machen könnte. Ich brauche hinter auf jeden Fall die Beleuchtung. Ja. Aber jetzt noch nicht. Same. Ah, die Decken wären vielleicht nicht schlecht, ne? Ah, dafür brauchen wir noch ein Ticket mehr. Verdammt. Gut. Weil wir haben dann fünf. Mhm. Ja, nevermind, wir haben sechs. Nice. Dann können wir nämlich zumindest schon mal die Dächer freischalten. Nur die, äh, Ecken halt noch nicht. Dafür brauchen wir dann nochmal vier. Da, okay. So. Ich mache die Dächerbeater. I'm all die Dächerbeater. Funktion. Was? Okay. Okay. Ähm, ich bin zurückgekommen, um mir neuen Beton und neue Eisenplatten zu holen. Ja. So, und gleichzeitig baue ich die HyperTube eben fertig. Okay. Weil da fehlt noch ein kleines Stückchen. Okay. Das war's. Das war's. Ich möchte nämlich, dass ich so nicht da hochkomme. Oder sehr, sehr langsam werde. Das war's. Das war's. Ich muss hier definitiv noch eine Plattform hinter machen. So, jetzt komme ich auch mit der Hyper-Tube nach Hause. Hyper-Hyper. Okay. So, ich hoffe, ich komme sehr breiter aus von der Fabrik. Weil hier hinten kommt halt Stein. Ich wusste, dass ich dann vorbeikomme. Okay. 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 Aber eigentlich sollte das vom Platz her vielleicht ausreichen. Aber nur vielleicht. Okay. 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 So und ich baue hier. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Logistik Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, mit 180 Sachen vor dem Weltraumlift geknallt, Mann. Oh Mann. Ich bin mal eben ganz kurz weg, kleinen Moment. Jo. Ich bin mal eben ganz kurz weg. So. Baby. So. Ich kann ein paar Forschungen abschließen. Mhm. Ich habe ein bisschen Zeug mitgebracht. Meinst du Forschung in der Meme oder? Vielleicht beides. Sehr cool. Also als erstes erstmal das hier. Yes. Warte mal, dann nehme ich aber noch ein bisschen mehr Stahlbeton mit. Was sind denn jetzt die... Oh ja, Stahlbeton. Weil ich glaube, davon werde ich dann ein bisschen mehr brauchen. Mhm. Mhm. Okay. 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 Davon werde ich definitiv mehr brauchen. Wie viele Items können die jetzt pro Minute? 480. Wow. Es ist fast das Doppelte. Es ist das Doppelte. Ne. Ja. 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 Ich freue mich schon auf die MK6. Die können 1600. Wow. Ähm. Prost. Nicht langschnacken Kopf in den Nacken. Ja. Dankeschön. Boah, ist das kalt. Ja. Ja. Weißt du, was bei den Hypertubes fehlt? Hau raus. Ähm. Dass du einen Eingang zwischendrin platzieren kannst. Was? Also quasi so ein Anschubding. Also nicht den Eingang, sondern so ein Anschubding. Was dir nochmal einen neuen Boost gibt. Äh. Das könnte man bauen. Ich möchte, dass es das als einfaches Teil gibt, was ich da dran setze, ohne dass ich irgendwie rumtricksen muss. Ja. Kann ich verstehen. Das wäre cool. Quasi wie eine Pumpe. Haha. Weil gerade den Berg hier hoch wird es halt schon hart langsam. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Hm. So, dann kann ich hier oben nämlich direkt die Förderbänder einmal austauschen. Ah, okay. Aber das ist ja entspannt. Ja, ja. Oh, dann, um... Muss ich mal eben gucken, auf welcher Höhe... Der Hund fängt schon wieder an, mit meinen Füßen zu spielen. Okay. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hast du bei dir in der Nähe irgendwelche Ölquellen? Also andere? Ähm, naja, definiere in der Nähe Ja, so dass man da vielleicht übertaktete Rohre hinfahren kann Ein Kilometer von hier, aber dann sind die, die bei dir da oben sind, noch näher dran Oh Ja, die sind deutlich näher dran als meine Ja, die sind deutlich näher dran als meine Was? Ach, Mila, jetzt lass meine Schuhe in Ruhe Ist denn heute los mit dir? Du gehst mir auf den Sack Meine Güte Du spielst zwei Stunden, das ist ein Gerücht Ja Aber okay, lass ich sie mal ruhig in dem Glauben, dass es erst zwei Stunden sind Ja, ich hab auch öfters das Spiel zurückgesetzt Ach, Moment Das muss ja Da Da So Ganz rein theoretisch, wenn ich das jetzt andersrum mache Das heißt, wenn ich von da oben anfange Kann ich das hier Nein, kann ich nicht, okay Ah, aber Okay, das geht nicht Hallo Was hat das so ausprobiert? Äh, dass der Förderlift hier andersrum steht Achso Abgesehen davon, dass er jetzt eins so weit hinten drin war Zehn Minuten Pause wieder festplatten Oh ja Da hätt ich auch was von Ah, shoot Jetzt hab ich ein bisschen Ah Aber ich hab Doppelstrukturen abgebaut Ah, jetzt hab ich ein bisschen Luft Okay, ja Nice Wie gerade einfach gefühlt absolut jeder, der Satisfactory-Sucht verfallen ist Ja Auf jeden Fall Hä? Jetzt ist es wieder einem zu weit oben Du willst mich verarschen, oder? Dann kommt es jetzt so hin und bleibt so Dann ist es ein Geht das Förderband da halt ein bisschen weiter runter Kann ich dann halt auch nicht für, wenn es nicht anders geht Ja Achso, jetzt ist es auf einmal gerade Das ist ja interessant So Jetzt kann ich da nämlich auch die Wände zumachen Und eigentlich auch Die Poller nach oben durchziehen Und jetzt ist es ein bisschen So Hier sind kleine und hier sind wieder große Zuschauer Zuschauer, du sagst es Diese Platten für den Lüft sind einfach ätzend Vor allem tausend Stück davon Oh ja Die Platten? Welche Platten? Äh, intelligente Beschichtung Ich finde das ist so das geringste Problem an den Dingern Ich finde das ist so das geringste Problem an den Dingern Ja, hättest du den Server mit nach Hause genommen Hättest du nicht das Problem Und ich Bin der Meinung Ähm Man kann ja die Fabrik groß genug bauen Dann wird das auch so laufen Wunderschön Eins, zwei, drei, vier Fünf Sechs Eins Eins Zwei Das ist ein zu weit nach vorne gerutscht Ja, für Power Ja Damit halt die Äh Powerproduktion immer laufen kann Wenn es knapp wird Ja, auf jeden Fall Söderli Der arbeitet in Bayern Dann kommt aber schnell in Trouble wegen Energy Ja, das ist doch das Ziel des Spieles, oder nicht? Aber ich weiß, was du meinst, Zuschauer Auf jeden Fall Deswegen habe ich mir ja den Server geholt Warum Energieprobleme? Ich baue gerade ein Kraftwerk mit 25 Gigawatt Und ja, auch die werden wir super schnell leer gelutscht bekommen Ich meine, allein wir verbrauchen da hinten mit allem, was wir haben, schon 2 Gigawatt Ja 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 Dannung 10 Uhr oder Ja okay gut das ist schon vorbei, aber selbst wenn ich sage uma um 11 Uhr Feierabend oder so Aufgrund von dem, was ich hier alles noch bauen will kann ich halt so wieso noch nicht schlafen Heißt, ich würde Feierabend machen, aber ich würde im Bett liegen und die ganze Zeit 回去 oba nachdenken. was ich noch alles bauen muss Das wird mir halt nichts bringen Deswegen mal gucken. Also noch bin ich auch nicht wirklich müde, obwohl mein Hund mich heute Morgen relativ früh aus dem Bett geschmissen hat. Dafür, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, heute schlafe ich halt wirklich mal komplett aus. Ich muss nicht früh aufstehen und gar nichts. Ja, hat der Hund mir halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dass da jetzt ständig der Strom ausfällt, liegt daran, dass du da hinten gerade was machst, oder? Bist du auf Stumm? Oder nicht da? Ich bin auf Stumm. Warte mal, hört dann nur ich dich nicht oder auch der Stream nicht? Alle. Oh, das ist ungünstig. Soll ich mal so alle fünf Minuten kurz nachfragen, ob du noch da bist? Nee, nee, das hat Gründe, warum ich auf Stumm bin. Zwischenzeitlich. Ach so, wegen dem Ziehen? Ja, weil ich nett bin. Du müsstest so einen Funkknopf haben, der eine Verbindung zwischen der Dampfe und deinem Mikrofon hat und immer wenn du an der Dampfe ziehst, wird das Mikrofon gemutet und wenn du aufhörst, wird es wieder entmutet. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich kann jetzt wieder normal dampfen. Ah, okay. Lala ist nicht mehr da. Genau. Pass auf, und wahrscheinlich, weil ich gerade seinen Namen ausgesprochen habe, spawnt er jetzt. Ja. Oh. So, hier die Verknüpfungen haben wir dann auch schon einmal. Die beiden können wieder weg. Jetzt kommt hier eine Stütze hin. Hier. Hier. Ich glaube, genau. Hier auch. Ich brauche hinterher auf jeden Fall drei Rohre, die, ähm... Brauche ich drei Rohre? Weiß ich nicht. Ja. Ich brauche drei Rohre, weil ein... Oh, 300 Kubikmeter. Können wir schon, ähm... die Rohre im K2 freischalten? Nee. Ja und nein. Heißt? Äh. Okay, ist das in der Phase 2 schon mit drin? Ja, in der Phase, in der wir uns befinden. Ja, wunderbar. Könnten wir das vielleicht, wenn wir mit dem Ding durch sind, als nächstes machen? Ja. Ich reise wieder zurück. Äh, du kannst ganz entspannt machen, ne? Naja, wir... Bis jetzt brauche ich die noch nicht. Die MK2-Rohre brauche ich erst, wenn es darum geht, äh... den Treibstoff, ähm... in einem Rohr rauszutransportieren. Weil jetzt gerade müsste ich quasi drei Rohre bauen, damit ich... den Treibstoff rauskriege. Weißt du zufällig, wie viel die MK2-R... äh... Nee. Alles klar. Ich schaue nach. Okidoki. Zuschauer sagt, Situationskomik. Was? Wieso? Hä? 300 statt 150. Och ja, das wäre kacke. Oh, wow. Ach, die Seite ist so langsam. Ja. Die ist ein bisschen, äh... überrannt. Ja, komisch. Die benutzt ja jetzt auch gerade jeder Hans und Franz. Ich gehe auch davon aus. Aber die Seite ist halt auch einfach echt gut. Oh ja. Und aktuell. Ich würde dir halt auch wirklich jedem... Ja. Ich würde dir halt auch echt jedem empfehlen, der mit Satisfactory arbeitet. Ich auch. Vor allem, dass man sein Savegame hochladen kann. Ja, und dann auch, äh... wenn man jetzt einen Megaprint einfügen möchte, dass man den nicht selber bauen muss, sondern einfach sagen kann, hier, bitte nimm... Äh... Kopier mir das da rein und lad mir das dann runter. Ich habe zumindest schon mal den richtigen Tab gefunden. Oh. Oh, wir müssen erst mal industrielle Fertigung anfert... äh... machen. Okay, ähm... Ich glaube, ich bleibe bei den MK2-Rohren. Weil, äh... Hier kann ich genau drei von machen und von den MK2... Ich bräuchte dann einen MK3- und einen MK2-Rohr. Oh. Hm. Hm. Also kann ich lieber drei MK2-Rohre nehmen. Die kann man auch schöner... Also, ne, dann hat man halt eine Mitte und so. Äh, ja. So, hier kommt... Treibstoff runter. I капENal. Okay. B... B... So, und das Rohöl endet quasi hier. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 0,75 und 0,75 sind 1,5, richtig? Ja. Okay, dann muss da das zweite Rohr mit angeschlossen werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir auch die Verbindungen. Oh mein Gott. Okay. Das war's. Ein Traum. Das gleiche ist jetzt noch auf dieser Seite hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, hier auch wieder nach anderthalb, also quasi hier in der Mitte. Da muss dann das zweite dazukommen. So. So, wie ich das mit der letzten noch mache, weil ich brauche ja noch eine Raffinerie. Bei wie vielen bist du jetzt? 22. Genau. Genau, also mir fehlt nur noch eine, ich weiß noch, ich glaube, die werde ich hier hinten vor Kopf hinstellen. So, dass ich die hier, dass ich die hier relativ in die Mitte mache. Die sollen ihren Output aber auch vorne haben. So. Oh, jetzt habe ich keine Kabel dabei. bei, mmh, ungünstig. So, dann kommt hier der Input von den Leitungen hin. Sprich, hier muss ich auch erst mal nur die beiden hier verlängern. So, und dann kommt hier so ein Pipeline-Kreuz hin. Oh, ja. Vielleicht nicht hier. Okay. Okay, ich werde für die Kunststoffe... Fabrik und so, werde ich den See hier unten nutzen. Zum Wasser ziehen. Heißt, ich gehe nicht hier unten, oder hier lang mit den gelben Ohren, mit den, äh, mit dem Polymerharz, sondern ich gehe hier her. Dass es nach hier weg geht. Genau. Dann kann ich hier nämlich, mhm, den Treibstoff herlegen. Ähm. So, zusammenführen möchte ich das da. Eins, zwei. So, gleich mache ich das dann hier. Das sieht alles hart verwirrend bei dir aus. Wieso so verwirrend ist das nicht? Nicht, wenn man die ganze Zeit schon zuschaut. Ja, das vielleicht schon. So. Oops. Okay. . Milestone reached. Manufacturers can receive up to 4 inputs for the production of complex parts such as computers and heavy modular frames, but most importantly the 2 new project parts. The modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly. You are making good progress. The future is starting to look bright. Schön, dass die Zukunft jetzt erst anfängt, schön auszusehen. Mhm, dachte ich mir auch. Ist ja nicht so, als wären wir hier nicht schon Stunden um Stunden dran. Äh, jo. Der ganze Spaß läuft schon seit 100 Stunden. Ja. Ja. So, finally, wir haben alle 23 Äh, Raffinerien für die Treibstoffproduktion ans Rohöl angeschlossen. Nice. Welches wir noch nicht fördern können, wohlbemerkt. Aber die Rohre stehen, schon mal. Das kommt noch. Ja. Work in progress. Jo. So, ähm. That's okay. Okay. So. So. And to another. Okay. Okay. So. 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 Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese ganze Rohrverkabelung-Dings. Was meinst du? Mein Kopf brummt nur schon. Äh, ja. Das Ding ist, ich muss mir jetzt halt überlegen, wo ich die nächsten 40 Raffinerien aufstelle. Warum 40? Ach so, ich brauche noch 40 weitere Raffinerien für den Turbotreibstoff. Können wir denn schon Turbotreibstoff herstellen? Nein, das müssen wir in der MEM noch erforschen. Oh, okay. Aber das geht. Und ich glaube, ich werde diese Fläche dort drüben verwenden, um den Turbotreibstoff herzustellen. Wait, wait, wait. Ich habe den Stream nicht offen. So. Nochmal, welche Fläche? Die da. Ah, okay. Ja. Weil auf die andere Seite kommt, äh, auf den See kommt die, ähm, Gummi- und Kunststoffproduktion hin. Ah. Ja. Dafür kann ich schon mal hier ein bisschen Rodung betreiben. Tschüss. Und tschüss. Oh, wow. Guck dir das mal von hier an. Oha. Du hast da so ein paar Löcher drin gelassen. Ja, 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 das ist ja, also, das ist ja, ich bin nicht mehr mal in der Lage, dazu gerade Sätze zu sprechen. Ähm, das ist ja jetzt erst mal, ich muss erst mal gucken, dass das irgendwie funktioniert. und von außen schön machen kommt zum Schluss. Äh, ja, macht Sinn. Weil ich glaube, wenn ich jetzt schon versuche, von außen schön zu machen, werde ich hier bescheuert. Äh, ja, ja, das ist ja auch eine Vermutung und so, aber. Ach so. So, ich glaube, das würde ganz gut aussehen, wenn ich den ganzen Scheiß, ich lass den auf vier Förderbändern, heißt, vier Förderbänder gehen runter zur Polymerproduktion. Wow. So, heißt im Endeffekt. Das geht hier lang. Ja. Gerade. Dann kommt das hier. Dann kommt Okay, Achtung. Strom bricht zusammen. Ja, ich brauche hier sowieso noch keinen. Ich werde nur vielleicht einen krass riesigen Kickstarter brauchen. Wenn das hier irgendwann mal anläuft. Mhm. Mhm. Ja, ich brauche hier. Okay. Okay. ricorstoo contar. Ja, ich brauche hier. Come ist hier raus. Hier bin ich oben. Da hab ich hier gebet. Ich frage dich. Ich frage dich. Ja, ich weiß gar nicht Complete. Ich bin ama. bis zu jedem bei. Ich fittest du mit dabei. So Ach, er sitzt in der Stimme Das nimmt man ja auch nicht komplett in Betrieb Immer nur so viel, bis die Generatoren anlaufen Und dann erst dann den Rest dazu Ja Ich muss das komplett in Betrieb nehmen Ansonsten, ach nee, ich kann Ja doch, ich muss es komplett in Betrieb nehmen Das Einzige, was ich von dem ganzen Komplex Nicht in Betrieb nehmen müsste Am Anfang Ist die Gummi- und Kunststoffproduktion Der ganze Rest muss laufen Weil mit den Ich brauche auch hinterher 100 Raffinerien, also nicht Raffinerien 100 Treibstoffgeneratoren Und die müssen tatsächlich Dann alle gleichzeitig anfangen Ja, aber Du könntest auch einfach Wir könnten Batterien aufbauen Aber das behebt ja mein Problem nicht Äh, doch Nicht, dass ich zu Beginn sehr viel Strom brauche Damit der ganze Bums hier anläuft Das ist viel zu nah da dran Also wenn wir Batterien dran haben Dann können wir das machen eigentlich Okay Vielleicht checke ich auch gerade nicht Wie ihr das meint Aber das ist, das ist okay 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 So, das ist mittig. Die Anlage zieht zu viel, das ist immer ein Teilstart notwendig. Oh. Ja gut, um den Start und so, da können wir uns dann vielleicht gemeinsam nochmal hinsetzen und schauen, was definitiv laufen muss. Achso, ja, also es ist relativ einfach, wenn du Energiezellen hast, die können dann auch diese Spikes abfangen. Ach, du meinst Energiezellen, die quasi, bevor wir den ganzen Scheiß hier in Betrieb nehmen, sind die Energiezellen einmal mit unserem Strom quasi aufgeladen und werden dann benutzt, um das Ding hier zu starten, oder? Ja, genau. Ah, okay. Ich dachte schon so, hä, was willst du mit Batterien, wenn der Strom nicht an ist? Aber ja. Ja, das meinte ich mit, ich bin nicht mehr ganz zurechnungsfähig heute. Hä? Nee, ich hab hier nur Fehler gemacht, deswegen hat es nicht geklappt, Zuschauer. Äh, ich hatte die Anlage nicht miteinander verbunden. Naja, wir brauchen nur so ein paar und die haben halt eine Speicherkapazität von 100 Milliwatt, äh, Megawattstunden. Und die laden wir dann alle, schalten die ab und wenn man die einschalten will, werden die einfach dazwischen geschaltet. 30 Milli, äh, Megawatt, ja. Ja, damit ich die eine Stunde betreiben kann. Also wenn wir ihr da 20 Batterien hinstellen für den Notstrom, dann sollte das eigentlich nicht passen. Ja, dann halt ne Batterie halt nur ne Minute und nicht ne Stunde. Also ich seh da jetzt aktuell das Problem nicht. Dann baut man halt mehrere Batterien. Ich, ja, aber. Also wenn's, wenn's wirklich gar nicht anders geht, dann baut man halt einfach mehrere. Ja, ja, wir, wir brauchen ja keine 33 Batterien bei uns, sondern 30. Nein. Entladestrom ist unbegrenzt. Entladeleistung ist unbegrenzt. Entladeleistung ist unbegrenzt. Tja. Hä? Oder ich belasse es einfach bei vier Treibstoffrohren, weil da muss ich jetzt nicht gucken, dass ich vier irgendwie zu einem und dann wieder trenne. Dann lasse ich es einfach direkt bei vieren. Du kannst sie auch trennen. Moment. In ein Rohr kriege ich 300 Kubikmeter rein. Ja. Aus fünf Anlagen kriege ich 200. Aus sechs Anlagen kriege ich 240. Okay, das passt. Hey, ich lasse dann vier Rohre einfach. Das passt schon. Und ich muss die hinterher sowieso zwischen... Genau, dann kann ich nämlich mit einem... Genau, ich lasse vier Rohre, weil mit einem Rohr betreibe ich dann zehn Raffinerien, weil ich brauche genau 40 Raffinerien. Das passt besser mit vier Rohren sogar. Sonst hätte man auch einfach mit einem Ventil sagen können, dass es nur eine Flussrichtung gibt. Und dann hättest du nach der letzten, nach dem letzten, wie heißt es die Teile, Treibstoffgenerator einfach gesagt, okay, hier, Cut. Und dann geht's weiter. Ja. So. So, wenn ich dem Ding hier jetzt sage... Ach, Cut, ich bin auch... Ähm... So, wenn wir jetzt unseren Strom wegnehmen... Dann hält unser Strom... Für die Anlage... Okay, das war ein Falsch... Mach' wir doch einfach mal so. Ach, Cut. Okay, ist da noch einer. Yes, 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 yes. Oh, Falschen abgebaut. So, der darf dann noch... Ach. Also, der entlädt hier einfach nur die Batterie. Und wenn das schneller geht, dann geht das halt schneller. Und dann geht die Zeit hier runter. Unter Umständen brauche ich den da nämlich gar nicht. Ich kann dem einfach so sagen, dass sie sich dazu connecten... Ja, genau, das passt nämlich. So, dann hier noch ein Fusionator. Oh, nee, eh nicht jetzt. Dann... Kommt der an die Seite mit dran. Da, ich muss mal eben Batterien holen. Yo! Yo! Untertitelung des ZDF, 2020 Dann soll der nämlich da lang gehen. Dann brauche ich hier einen Fusionator. Dann noch ein Förderband. Sehr gut. An einem der vier Rohre, die ich für die Turbo-Treibstofffabrik brauche, muss ich dann auch noch das hier anschließen. Das wird wahrscheinlich dann ans Letzte dran kommen. Okay. Oh, hi. Aber der Zutransport ist schon mal komplett fertig. Also es können jetzt alle 23 Raffinerien mit Rohöl versorgt werden. Nice. Hast du schon die Stromverkabelung gemacht? Nein, absolut gar nicht. Ich weiß auch noch nicht. Da muss ich mir morgen oder so noch überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, das werde ich heute nicht mehr schaffen. Genau. Da muss ich morgen überlegen, wie ich das machen will. Oh. Du bräuchtest auf jeden Fall irgendwie einen Schaltraum oder sowas. Ja, da können wir ja vielleicht zusammen gucken, dass ich den, äh, mache. Oder wo ich den hin mache. Das kannst du dir eigentlich aussuchen. Du musst dich dann nur an die Stromnetze halten. Das kannst du dir eigentlich aussuchen. Ich glaube, dabei hätte ich trotzdem ganz gerne deine Hilfe. Ja, äh, kein Problem. Aber bis das so weit ist, ähm, dauert das noch. Okay. 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 Okay, okay. Okay. Eigentlich bräuchte ich nächste Woche auch noch so ein, zwei freie Tage für Satisfactory. Hahaha. Ja. Ich hab ihm auch gesagt, dass er dafür den Kopf schütteln würde. Äh. Äh. Das fand ich schon frech. Ja. Kann ich verstehen. Ich sag mittlerweile aber auch einfach nur, äh, um dem Hobby ein bisschen Zeit zu widmen. Äh. So, Wände. Oder auch die Leute, die dann sagen, zocken ist kein richtiges Hobby. Hm. Aber mit dem Quad im, äh, Schlamm durch die Gegend fahren. Hm. Ja. Oder was noch viel geiler ist, ja durch Zocken verblödet ihr ja nur. Ganz ehrlich, das sind, das sagen auch nur Personen, die noch nie so Aufbauspiele gespielt haben wie das hier. Die können ja mal probieren, Satisfactory zu spielen, ohne dabei nachzudenken. Es funktioniert nicht. Das zum einen, zum anderen, ähm, kennst du die, ups, kennst du die Forschungsergebnisse? Ähm, da haben sie festgestellt, äh, die fangen ja jetzt immer mehr an mit diesem, äh, Da Vinci zu arbeiten. Mhm. Das ist ein, äh, OP-Roboter. Ja. Äh, dass Ärzte, die in ihrer Freizeit, ich glaube, drei Stunden die Woche am Zocken sind, 30% mehr Leistung abrufen können, also, äh, koordinierter mit den Sachen umgehen können. Mhm. Weil das ein motorischer Langzeitskill ist. Ja. Aber das verblödet ja nur. Ja, oder warum, äh, okay, das ist ein bisschen das Kack-Thema. Aber, äh, äh, alle Drohnen, äh, privat oder militärisch, setzen mittlerweile auf Controller. Ja. Also, ja. Naja, aber deine Intelligenz geht dabei drauf, also mach dir keine Sorgen. Ja. Das Ding ist, auch hier, hier versucht man ja ständig das, was bei einem Arbeitsleben auch eigentlich machen muss, und zwar immer einen Weg zu finden, irgendwas effizienter zu gestalten. Ja. Oder einen leichteren Weg finden, um Sachen zu machen. Aber die Zocken verblütet, Mann. Ja. Mein Abteilungsleiter meinte letztens auch, er würde lieber jemanden einstellen, der in einem Fußballverein spielt, als jemanden, der zockt. Okay. Ähm, hast du ihm gesagt, das ist ein relativ schlechtes Beispiel? Ähm, siehe deine Krankheit. Weil Fußball, das Fall, ja, ich wollte gerade sagen, Fußball ist das verletzungsreichste, ist die verletzungsreichste Sportart, die es gibt. Also, nein, aber, äh, hier, eine der verletzungsreichsten, also die meisten reißen sich halt das Kreuzband beim Fußball, und da ist man halt auch mal locker, wenn man, wenn man nicht wie wir jetzt direkt wieder arbeiten geht, ist man halt ein paar Monate raus, ne? Ja. Naja, mal gucken. Bis jetzt ist ja laut Doktor das Kreuzband noch vorhanden. Hm. Und was ist dann kaputt gegangen? Naja, ähm... Jetzt aber nicht alles andere. Ne, das Ergebnis vom MRT ist halt noch nicht da, deswegen... Achso, ja. ... kann man es nicht sagen. So, was hat, äh, so... Oh, äh, nein, das ist die Leute mit dem Handy in der Hand, die über die rote Ampel gehen. Ja, das glaube ich, äh, das sind die mit dem höchsten Verletz... Äh, aber Zuschauer, das liegt nur daran, dass du die mit dem Auto auf der A43 überfährst, deswegen war die auch gesperrt. Äh, man verlinkt, äh, verliert Intelligenz, okay, dann kann ich ja weiterspielen, nichts zu verlieren. Oh, save this. Okay. Ah, A44, die war das. Da bist du einmal mit deinem Panzer drüber und, äh, hast Tomahawk-Raketen abgeschossen, so wie ich das gestern mitgekriegt hab. So. Aber bei uns, äh, oder... Das ist ein bisschen traurig, in meinem Team... Äh, meine Steam-Liste mit Freunden, mein komplettes Arbeitsteam, also, äh, meine Leute, alle haben in den letzten... in der letzten Woche seit dem, äh, Release um die 40 Stunden reingeballert. Also... Bei mir aus dem Büro zockt keiner. Und dann, dann hat Jackie, kam von der Arbeit und hat gesagt, ach ja, wir haben auch zwei, die kennen sich mit Games ein bisschen aus und zocken auch ein bisschen selber. Und ich so, boah, ich muss sie kennenlernen! Das war ein Wunsch, der präsentlich Porsche auf Wohnmobile baut. Kannst du nicht einfach einen Hayabusa-Zweitmotor unten ransetzen und dann die... Das dürfte doch eigentlich gehen. Oh, Kacke, hab ich die... Ja, da magst du recht haben, Zuschauer. So, damit die schneller als mit 95 auch LKW überholen. Ja, weil gedanklich sitzen die eh in ihrem City-Roller. Ja, du meinst diese... Granny-Cars, ne? Ja, du meinst diese... Ah, okay. Ne, PKW, da kommt man ja zügig an LKW vorbei, nur fahren die dann mit den Wohnmobilen genauso. Ja, zum Teil denke ich mir aber auch, Wohnmobile sollten verboten werden, genauso wie Anhänger. Also hier, äh... Ja doch. Wohnwagen, so heißen sie. Warum? Ach, wie damit einige Leute fahren, das ist nicht mehr feierlich. Genauso wie, äh, LKWs ohne Kamerasysteme sollten auch verboten werden. Dafür müsstest Deutschland erstmal hinbekommen, die LKWs ohne Seitenspiegel rauszuziehen. Äh, ja. Das wäre... Warum sind denn da Spinnen? Hilfe! Mach sie weg! Mach sie weg! Das ist das offizielle Begrüßungskomitee von mir. Mach sie weg! Ich kann leider nicht. Mach sie weg! Ich, äh, verkrieche mich wieder in meine Höhle. Tschüss. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Für was bist du? Ich bin für sech... Oh ja. Und ich bin für Fahreignungsprüfung ab sechzig. Oh ja, bitte. Also noch nicht mal, dass die schlecht im Straßenverkehr sind oder sowas, ne? Ähm. Aber die Reaktionen lassen halt einfach ultra nach. Oh ja. Aber die liebe Autoindustrie hat da ja... Also natürlich was gegen, weil dann verdienen die ja nicht mehr so viel Geld. Naja, aber man könnte zum Beispiel... Äh... Nebenjobs erzeugen. Fahrdienst für ältere Menschen. Hm. Das ist noch nicht mal abwertend gemeint, weil das gibt es aktuell bei uns. Ähm. Nennt sich Burgerbus. Oh ja, das gibt's bei uns auch. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ups. Finde ich auch richtig gut. Ja. Die Autoindustrie kann mich bei ihren Politik dem... Der Preis mal anzensiert und zwar kreuzvoll sein. Ja. Und dazu kommt noch... Ha, wir wissen auch nicht, warum diese Themen nicht durchgesetzt werden können. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel bei, äh... VW. Und so ein Scheiß. Oder garantiert kommt wahrscheinlich am Ende des Tages... Markus Söder wird jetzt... Äh... Neuer... Vorstand von... BMW. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Was funktioniert? Oh, was, wie ich das hier gerade gebaut habe. Ah, okay. 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 So. Oh. 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 So, ich muss das auf jeden Fall bis da hinführen. Oh. 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 Es ist hier halt das reinste Rohr- und Kabelchaos. Ich will gar nicht wissen, wie es ausschaut, wenn ich die Stromleitungen hinzugefügt habe. Die fehlen nämlich noch komplett. Naja, aber das geht. Ich habe einen großen Stahlträger an der Decke gebaut und da die Pins vom Dingstens angebracht. Stimmt. Das sah ja bestimmt gar nicht schlecht aus. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht, ich weiß nicht, hast du meinen Stream gerade offen? Ja. Ähm, hier wo die Raffinerien sind, die sind ja relativ weit auseinander, sodass ich zwei komplette Platten in der Mitte frei habe, sodass ich da ein Glasdach hinmache. Ja. Dass man da halt komplett nach oben rausschauen kann. Das wäre bestimmt gar nicht so verkehrt. Oh. So, das war Seite Nummer eins. Jetzt noch Seite Nummer zwei. Nein. Ist hier die erste? Hier ist die erste. Ah, so, äh, so, die... Mein nächstes Auto kommt aus Korea, gefertigt in der Tschechei. Die deutsche Premiumhersteller brauchen ja keine Kunden mehr. Nein. Nee. Ja. Egent. Und jetzt kommt das Auto. Und jetzt kommt der Tschechei. Ah, da muss ich hier. Ach so. Und jetzt kommt das Auto. 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 Also, da rauskriebe. Und jetzt kommt das Auto. Okay. So. Vielleicht crash gleich einmal kurz der Strom weg. Jo. Oh. So, das sind die unteren. So ein Scheiß. Feststellung des Tages. Die Rohre an die... Wie heißt das gleich noch? An die Raffinerien funktionieren nicht. Wie? Du musst die neu setzen, damit das Rohöl fließt. Wie? Ja. Das ist ein Problem für ganz weit in die Zukunft, Lea. Das wird bei mir noch sehr lange dauern, bis ich an dem Punkt bin, dass ich das ausprobieren muss. Okay. Aber das ist gut, dass du es sagst, weil dann, falls der Fehler dann mal auftritt, dann wissen wir wenigstens, woran es liegt. Ja. Ja. So. Das stört mich absolut. Besser. So. Jetzt muss ich hier im Endeffekt... nur noch. Nur noch. Das hier einmal mit anschließen. Ja. Ja. Ach, und bei den Ausgängen ist das wohl dasselbe Problem. Naja, vielleicht haben sie es gefixt, bis wir soweit sind, dass wir das Ding hier hinten anschließen, das Monster. Ja. Aber gut, das ist ja... Das ist nicht das Problem, das eben neu anzuschließen. Nee, du hast ja auch mit Bodenplatten gearbeitet, ne? Ja. Das heißt ja wirklich, du brauchst nur einmal durchlaufen, wenn überall Strom dran ist. Ja. Ja. Das ist dann das eine kleine Stück, was ich neu setzen muss. Ja. Aber ich hoffe... Das ist okay. Ach, Polymer wird rausgezogen. Ach, Gott sei Dank. So. Oh, ist das eine schwankende Leistung. Ah, die Anlagen fahren hoch. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich musste die Korridore weitersetzen, um mein Feuerband dazwischen zu setzen. So, die Rohre sind jetzt entsprechend des Gebrauches eingefärbt. Nice. Heißt, das passt dann jetzt auch. So, wir sind jetzt bei fast 4 kW. Äh, Gigawatt. Ja. Und es fährt langsam immer mehr hoch. So. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ein Traum. Hoppala. Ein wahres Träumchen. Sauber. So nehm ich. Und ich finde tatsächlich, dass das auch von oben... Bitte lass mich da hochkommen. Bitte, 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 bitte. Danke. Ich finde, das sieht von oben auch ganz cool aus, wenn das hier so ein bisschen rausguckt. Auch, dass hier das Gitter immer noch so ein bisschen rausschaut. Okay, das sieht echt cool aus. So, das wird jetzt noch alles hier schön aus Beton gemacht. Außer die beiden mittleren natürlich. Die wollte ich ja hinterher aus Glas machen. Ich glaube, das, was du gerade eingefärbt hast von den Raffinerien müsste eigentlich in Glas, oder? Äh, können wir ausprobieren. Also, dass wir quasi immer die zwei Platten, oder beziehungsweise von ab hier dann quasi alles aus Glas machen. Ja, genau, dachte ich auch. Ich glaube, das dürfte cool aussehen. Das können wir auf jeden Fall ausprobieren. Und dann hier halt noch die Mittelspur komplett. Aber das könnte tatsächlich ganz cool aussehen. Ja. Ich mache es jetzt trotzdem erstmal aus Beton. Und dann, äh, bis wir das Glas freigeschaltet haben, die Glasdächer, meine ich, brauchen wir erstmal nochmal wieder ein paar Coupons. Aber das wäre vielleicht, oder die Glasfundamente, das wäre vielleicht was, was wir als nächstes ganz gut freischalten könnten. Ja, da die Energieproduktion jetzt weiterlaufen muss, bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter, ähm, wird der Kram jetzt ordentlich mit, äh, Kack zugekackt. Ah. Also, das ist sinkt. Was? Ich wollte doch da hoch. Ich wollte doch da hoch. So. Ah. Verdichtete Kohle. Ja, das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich weiß nicht, das gefällt mir halt tatsächlich ziemlich gut. Auch von außen. Äh, oh Gott. Transport ist ziemlich zugeschissen worden. Überlegt mal, ich mache jetzt seit acht, fast neun Stunden nichts anderes, als in dieser Fabrik zu bauen. Oh, wir haben Dächer. Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das, ähm, wenn das irgendwann fertig ist und wir das beide als schön empfinden, ob ich das auch auf der Seite als Megaprint hochladen soll. Dass die Leute sich das quasi runterladen können und sich dann in ihre Welt einfügen können, so wie das bei dem Kohlegedöns da hinten auch gemacht werden kann. Ja, ich weiß nur nicht, wie, äh, wie man das einscannt. Und das weiß ich auch nicht, aber da wird es sicherlich irgendwo eine Anleitung zu geben. Ja. Oder wahrscheinlich kannst du einfach auf der Webseite dein Savegame hochladen, den Bereich markieren und der kopiert sich einfach nur den, äh, den Kram raus. Stimmt, der kann ja erkennen, was, äh, vom Spieler platziert wurde. Genau. Genau. Schön, ich habe schon wieder jegliche Ressourcen, die ich mir mal geholt hatte, die ich im Inventar hatte. Verbraten. Komplett verbraucht. Ich ziehe gerade nur noch aus dem Dimensional Lager. Ja, habe ich auch die ganze Zeit. Vor allem, man vergisst es ja durch den Stoich. Ja, total. Ja. Oh, oh. Oh, er fliegt rein. Geil. Ah. Ich weiß... Wer fliegt rein? Ja, ich weiß gleich, was ich machen muss. Oh. Oh. Ich weiß, was ich mache, 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 was ich Ähm Ich lauf nur eben auf Klo Hm, fall nicht beim Laufen Oder verdreh dir das Knie So, das lass ich mal noch offen Weil ich muss ja auch noch irgendwie reinkommen Und hier muss ich mir jetzt überlegen Weil das sind vier Und die werde ich nicht Äh Es gibt, glaube ich, keine Vierer Ich glaube, Dreier ist das höchste, ne? Ja, okay Heißt, ich werde das dann einfach nur so da durchführen Das sah gerade im Augenwinkel so aus Als ob bei dir die Base explodiert wäre Weil das Förderband angerauscht kam Genau, und hier gehen dann die Polymer Das Polymerharz kommt dann hier raus Und geht quasi Runter in die Gummi und Äh Kunststofffabrik Da müssten wir nur noch festlegen, wovon wir mehr brauchen Ähm Ob mehr Gummi und mehr Kunststoff Oder mehr Kunststoff Ähm Weil dementsprechend müsste ich das dann halt anpassen Ja Weil ich hab 675 Polymerharz pro Minute Und das wird alles über Ich würde jetzt erstmal in eine Awesome Sink jagen Mhm Und dann haben wir ja eine Reserve Ja Die, die Fabrik, die werde ich, äh Die werde ich erst bauen, wenn ich da hinten meine Turbo-Treibstofffabrik fertig habe Und dann die 100 Treibstoffgeneratoren platziert habe Also, nicht nächste Woche Nee So So, die Wanddurchführung hier hab ich auch schon gemacht Damit ich, ähm Die Den normalen Treibstoff abtransportiert bekomme Meine Güte, es tut mir leid, mein Gehirn ist unfassbar langsam gerade Ja, alles gut Was brauchen wir denn? Nubulisten? Nubulisten? Hm, weißt du, was ich nicht bedacht habe? Nee Dass man als Mensch vielleicht auch noch irgendwo rein und raus gehen können muss Ja Wäre so an sich ganz nett, würde ich sagen Ich glaube, ich mach hier an der Seite Ein Treppenhaus hin Okay? Okay 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 So... 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 Parachute unlocked. Fix-It appreciates your willingness to descend rapidly to perform your duties, but damaging Fix-It property is a breach of contract and will have unpleasant consequences. Improve descent efficiency by combining the forces of gravity and drag with a parachute. So, ich gehe mal auf Suche nach Pilzen. Noch 202 Rahmen, dann habe ich zumindest das nächste vorbereitet. Glückwunsch. Und dann, was fehlt dir da noch, Zuschauer? Nein! Oh Gott. Mein Beileid. Sechs... Sechstausend Steel Beams. Okay. Boah. Ja, have fun with it. Und... Ja, das denke ich nämlich auch gerade. So... Ne, warte mal. Mach ich anders. Und zwar mit... Was hin? Dem, ja. Genau wie hier unten. Ja. Okay. So, jetzt mache ich hier erstmal provisorisch eine Treppe dran, damit man da reinkommt, zu Fuß. Nice. So, und dann gehen wir nämlich hier über den Kopf weg, quasi die Rohre mit dem Treibstoff. Dann kann ich jetzt nämlich alles zumachen. Müssen wir mal gucken, wenn wir dann hinterher auch Fenster noch freischalten, dass ich da ein paar Fenster einbaue. Ja. Ach, ich wollte die ganze Zeit in die Awesome Sync reingucken, habe es aber nicht getan. Ist ja nicht schlimm. Ja, wir müssen ordentlich Tickets haben. Ja. Glaube ich. Achso, wir müssen. Ich habe verstanden. Achso, ja, ich habe verstanden, wir brauchen ordentlich Tickets, so quasi, ne? Ja, das auch. Ja, gerade das. Also unser eigentliches Ziel in diesem Stream, oder nicht Stream, sondern in dem Spielstand, ist ja auch, die goldene Nuss freizuschalten. Boi. 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 Sollen wir nicht einfach sagen, dass wir alles aus dem, aus der Awesome Sync freischalten wollen? Ja, nur für die braucht man, warte, äh, 1000 Tickets. Ja, das hat zum Glück überhaupt nicht so viel, ne? Nee. Und wir haben drei. Äh, 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 äh. Ist nicht so viel. Nee. Aber wir haben Fallschirme. Man muss Prioritäten setzen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, da haben wir ja was Schönes freigeschaltet. Ich verbrauch so viel Beton. Kann ich dem eigentlich sagen, dass er bitte die ganze Wand schwarz färfen soll? Ich hab noch nicht rausgefunden, wie. Aber du kannst einfach linke Maustaste gedrückt halten und dann... Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, haben wir denn noch irgendwo Kohle? Da nicht. Äh, meinst du so ein bisschen Kohleerz rumliegen? Ja, ich hab grad was gefunden. Okay. Ich hab nämlich welches bei der Ma'am in die Kiste geräumt. Ja, das ist schon weg. Oh. Warum wundert mich das jetzt nicht? Ha, ha, ha. Ja. Gasfilters require regular replacement for optimal safety. Nice. Jetzt kommt man zumindest in die Fabriken rein und raus. Was meinst du, wie lange die 25 Gigawatt halten? Äh, ja. Also wenn wir so durchdrehen wie Kibitz, dann nicht lange. Hm. Weil ich glaube, der hat 500 oder 1500. Gigawatt. Ja. Alter. Da sind wir ja schon bei 1,5 Terawatt. Jupp. Junge, Junge. Guck mal, selbst der Hund liegt schon hinter mir und pennt meistens. Außer jetzt gerade, wo ich gesagt habe, wo ich quasi rede. Hier sieht es auch überall aus. Sie hat ihr neues Spielzeug komplett zerlegt. Überall liegen Fäden rum. Warum denn nur? Und zwar so Fäden. Überall. In der ganzen Wohnung. Oh Gott. Und war das so ein... Äh... Geflochzener Ring. Ah, ja. Hm. So, es wird mal wieder Zeit, kurz zurückzufliegen in die Base. Weil, äh, ich habe keinen Beton mehr. Ja. Ja. Oh, hier ist alles so respawned. Ja. Das nervt mich auch. Ich meine, es ist ganz gut für die Alien-DNA-Kapsel, ne? Für, äh... Für die Sink. Und wenn man wirklich, äh, ganz stark jetzt diese Tickets haben will, dann müsste man einfach nur durch die Gegend laufen und die ganze Zeit die Viecher klatschen. Gerade da, wo die Spinnen halt sind, die geben halt ultra viel dann, ne? Ja. Aber... Willst du das? Nein. Ich sowieso nicht. Ich sowieso nicht. Flump. Ja. Ich sowieso, wie ich habe ich nicht, wenn wohl nur Nach Okay. Okay. So, aber zumindestens habe ich schon mal einen ganz klitzekleinen Mini-Teil. Fertig. Ja, sauber. Und zwar die Treibstofffabrik. Das größte Problem wird sein, dass ich wirklich sehr, sehr viel Kohle und sehr, sehr viel Schwefel benötige für den Turbo-Treibstoff. Ja, den können wir ja jetzt, haben wir ja mittlerweile Züge. Dann können wir das auch mit dem Zug anliefern lassen. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut, weil ich brauche 600 Einheiten Kohle und 600 Einheiten Schwefel pro Minute. Ja, du kannst auch gucken, ob du irgendwo ein reines Schwefel-Vorkommen und ein reines Kohle-Vorkommen findest. Ja, da kommt dann hinterher ein MK3-Miner drauf, maximal übertaktet und dann... Ne, maximal übertaktet, ja, geht jetzt noch nicht. Äh, ich rede von drei Energiezellen drin. Ja, ja. Aber dafür müssen wir die letzte Stufe erreicht haben. Ja, ja. Apropos. Oh, wow. Ja. Oh, wow. Trifft auf uns heute zu. Ah. Ich habe das irgendwie sehr gefühlt, was sie jetzt gesagt hat. Mhm. Äh, warum... Ich meinte, das geht jetzt noch nicht. Ähm, ein MK3-Miner auf einer reinen Erzquelle produziert 1600 Items. Nur der Miner? Nur der Miner. Ich hätte gerne einen MK3-Miner, mach mal hin, ne? Ja, genau. Genau. Oh, ein Splitter-Nobolesk. So, wunderbar. Oh, meinst du hier. Nichts. Ja. Schön. Viergul. Super. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. Ja. Das war's für heute. Ja. 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 Oh. 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 Ja. 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 Huh. Oh. Oh. Oh, da hinten sind die Katzen. Katzen? Ja, eine Katzefialt. Oh, okay. Ich hab doch den komischen Modus an. Ah, ja, ich war gerade so... Hä? Ist das too much mit den, äh... Mit den ganzen Betonsäulen? Hm. Hm. Ah. Die Vierecke. Hast du da mal geguckt, ob du da Schrägen draufsetzen kannst? Oder sind die dann zu groß? Du meinst hier drauf, ne? Ja, auf den Kanten. Hm. Das wird nicht funktionieren, weil, äh... Wir haben ja keine... Halben... Schrägen. Ach ja. Was ich meine. Ja. Ich hab doch oft, dass wir- aufzieren... auf, wo that will. So... Och. Okay. Ich mein, alternativ kann ich das auch. Ja, du hast alles in der MAM erforscht jetzt. Ne, nur mit Zynium. Okay, weil ich gerade ein Achievement bekommen hab für erforsche alles in der MAM. Ne, das ist ein Forschungsbaum. Oh. Schau mal, sieht das jetzt besser aus? Ja, irgendwie die unteren Blöcke sind nicht ganz richtig, oder? Also die gehen quasi von innen nach draußen, da steht quasi der Rest drauf. Ah, okay. Ich glaube, irgendwie konnte man das Gesetzte mit Pfeiltasten hin und her schieben. Ich glaube, mit Ghost in der Hand dann Pfeiltaste drücken, aber unsicher. Äh, ich, ich glaub... Ich glaub... Ich glaub, ich lass das so... Also ich mach noch oben drauf die eine Reihe. hier... Genau, und hier... kommen dann auch gar keine Pfeiler mehr hin. Hm. Hm. Ja. 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 Oh, hier hab ich den Beton noch gar nicht dunkel angemalt. Ja. So. Genau, jetzt kommt da oben drauf noch die eine Säule. Genau. Ja. 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 Okay. Das war's. Das war's. Ein Traum, ein Traum. Das fängt doch langsam an, echt nach zumindest ein bisschen was auszuschauen. Oh ja. Ach, ich habe jetzt auch lange genug daran rumgeschwitzt, dass das aussieht und funktioniert, in der Hoffnung, dass es funktioniert irgendwann, wenn es mal angeschmissen wird. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Strom der ganze Bumms hier braucht. Ein bisschen was. Andererseits wäre es halt schon interessant zu wissen, wie Strom das braucht. Das zieht kacke aus, Kapper. Ich weiß, danke. Stirbt erst mal weg. Oh, furchtbar. Ich habe keinen Bock mehr. Kann das nicht jetzt langsam mal wieder weggehen, bitte? Nein. 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 Ich kann, glaube ich, das komplette Stromding von dem, äh, von der Raffinerie hier oder von den Raffinerien übers Dach regeln, weil der Output immer oben rausguckt. Okay, das ist entspannt. Ich meine, wenn ich hier hinterher Glasfenster drin habe, dann sieht man das halt trotzdem. Aber. Okay. 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 Ich hab' ne andere Idee. Und zwar mehr oder weniger, so wie du das gemacht hast, mit den Pfeilern, mit den Metallsäulen. Mhm. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Oh, du hast die Steel Frames gekauft? Oder hatten wir die schon gekauft? Die hatten wir schon. Okay. Echt? Hm. Ah, wir hatten nur die Strukturelemente nicht. Struktur, Rahmensseits, genau. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, sie spielen jetzt schon seit drei Stunden. Äh, vier. Ganz, ganz große Lüge. Mhm. Aber irgendwie funktioniert das hier gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Was funktioniert nicht genau? Mhm. Irgendwie hab ich's hingekriegt, dass das, äh, hier, dass sie so ineinander sind, dass jeder Block quasi aber ausgefüllt ist. Das hätte ich hier bei der Längsstrecke auch gern, aber ich krieg's nicht hin. Oh. So, Schienen. Oh, ich glaub, ich weiß. Oder ich hab zumindestens ne Vermutung, die. Ne, das passt wieder von der Höhe her nicht. Toh. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Naja, dann bleibt es so Okay, der ist zu klein Ja, wir brauchen eindeutig den größeren Designer Oh, irgendwie muss man Teilbaupläne verketten, wenn ich das richtig verstanden habe Okay Ja, ich muss mir dazu mal OO Videos angucken Warum OO? Achso, mein Treibstoff war alle Oh, Gott Ich muss mich an, 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 ich muss mich so nehmen dich guck mal, das sieht doch eigentlich ganz cool aus, oder? wunderbar so, das ist der untere Teil jetzt kommt der obere Teil der Raffinerien wo gleich es nochmal errichtet werden darf so, dann machen wir das jetzt einfach so oh, ich hasse Wasser warum, weil man, wenn man reinfällt immer das Bauen abbricht? ja fühle ich so, dann machen wir das Bauen Okay. So, sehr schön. Jetzt würde ich ganz gerne die beiden quasi einmal miteinander verknüpfen. Lass mich noch so kommen. Yes. Indem ich das einmal so Ähm So, ich könnte jetzt theoretisch kurz nachgucken, was nur die Raffinerien verbrauchen an Strom. Also die 22, die ich bis jetzt angeschlossen habe. Was? Ein Drittel von dem ist, was ich brauche. Die brauchen 390 Megawatt. Ja, das geht ja sogar noch. Ja. Also werde ich wahrscheinlich um die 1,2 Gigawatt brauchen, um alle Raffinerien zu betreiben. Da sind die 24 Fabrikatoren aber noch nicht mit bei. Ja, davon gehe ich auch raus. Ja. Ein Traum. Haben wir den ganzen Bums doch auch schon verkabelt. Also zumindest so ein bisschen. Obwohl mir das hier noch nicht so gut gefällt. Äh. Ich glaube, da mache ich so ein Ding noch dran. Dann geht das nach da oben. Dann geht das nämlich nicht durch den Betonbalken, wo ich... Genau, dann liegt das da nämlich quasi gerade ganz knapp. Oder, naja, nicht ganz auf. So. Gut, dann. Dann, ähm. Brauche ich jetzt quasi noch eine Fabrikhalle für den Turbotreibstoff für die 40 Raffinerien und eine Fabrikhalle mit den 24 Fabrikatoren, die mir verdichtete Kohle herstellen. Ja. Ja. Was hat alle wie die � adventurous wir haben sind jetzt auf so wie wie das ist wie Das wird ne ziemlich große Fabrik werden. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, ich richte das so aus auf der Höhe hier. Ja, wobei es wahrscheinlich ganz gut wäre, wenn ich, äh, die auf die Höhe hier mache, dass die da dran snappen. Ähm. Ja. Jawohl. So ein bisschen Landschaft, bisschen Grün kann man ja noch sehen, wenn man hier durch die Fabriken läuft. Ja, was willst du da auch sonst machen, ne? Ja. Okay, du könntest da natürlich... Ja, und das einzige, was du machen könntest, wäre dann so richtige Bäume da rein zu integrieren oder sowas. Ja, ich glaube, ich bleib dann auf der Höhe. Kann man die auch... Ja. 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 Ich muss halt mal gucken, wie viel Platz ich brauche, um 20 Raffinerien hintereinander zu klatschen. Mhm. Weil da wird ein bisschen was am Platz drauf gehen. Die Spinnen sind, die spawnen. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt oder mir Angst macht. Äh, zweiteres? Ja. Wenn du ein bisschen Nervkram haben willst, ne? Ja. Ich bin an der Traintrack dran. Ist das auch nicht besser? Ne, weil ich das ja hübsch bauen will. Will. Oh ja, das kenn ich. Ich hab Angst, hier runter zu gehen. Naja, aber das war jetzt erstmal nur ein Test. So. 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 Da kommt nur Turbotreibstoff raus. Heißt, ich kann den Abstand nach vorne relativ gering halten. Mhm. Äh, hinten brauch ich allerdings Treibstoff und... Ach, ich muss auch noch ne Zwischenebene einplanen. Ja. Die würde ich aber zwei hoch machen. Na, auf jeden Fall. Nur so Safety-Fast-mäßig. Äh. Äh. Das Problem ist, dass hier ist zu uneben, um das zu machen. Mhm. Ich glaube, dann geh ich doch direkt auf die Höhe von der Fabrik da oben, dass das an die Leiter drankommt. Und guck, wo ich da das erste Mal dann zwei runterkomme. Mhm. Weil ansonsten hab ich den Platz nach unten hin nicht. Joa. Das kriegst du schon hin. Ja klar. Dauert vielleicht ein bisschen, aber wird schon. Joa. Joa. Das sind bueno. Oh, ich glaube, wenn der Zug erst mal fertig ist und das so designtechnisch passt, wird das richtig gut aussehen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Wolltest du nicht auch schon immer mal Best Viewers Ad haben? Oh, ja. Doch schon immer mal. Ja, oder? Ja. 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 super ich weiß noch nicht na ja doch ich schon aber merkt so richtig unsere interaktion weil wir einfach ultra müde sind und nur noch vor uns hin bauen na so müde bin ich noch nicht ich bin nur in so einem level von ich denke nach wie ich das bauen kann und dann hört es bei mir immer echt auf das ist immer so ein kackproblem habe ich irgendwie seit dem anfang des streams weil ich die ganze zeit nur sowas mache so sind jetzt irgendwo diese spinnenviecher oder kann ich heruntergehen ohne angegriffen zu werden wunderbar so hier kommt dann eine tür hin die an der seite ist dann fasst das hier nämlich auch ganz genau ja ist nicht 200 doch ist mittig gut und hier würden dann im prinzip die raffinerien hinkommen heißt die vier rohre die da aus der wand ankommen müssten hier hier dann durch die wand gehen also ich muss ja sagen sagt es hat zwischendurch echt seine vorzüge aber dann scheißt es wieder in seinen schlimmsten momenten rein warum du kannst alles viereckig bauen und gerade und mit 90 grad winkeln und so weiter na ja das ist ultra scheiße da tiltet der komplett rein und dann kannst du da ich glaube es ist einfacher gibt es denn eine wandhalterung pipeline wandhalterung ja gibt es zeitgleich wenn ich die vier rohre an der seite rein gehen lasse wenn ich die vier rohre an der seite rein gehen lasse so und da kann ich die von mir aus auch da her gehen lassen also falls du das auch mal machen muss ich habe einfach einen stahlträger an der wand gebaut gerade rüber gezogen auf der höhe auf der ich das haben möchte habe da die wandhalterung angebracht und dann gelöscht dann kriegst du schöne 90 grad winkel ja so zuschauer ich wünsche dir auch einen schönen abend noch eine gute nacht und dann bis morgen vielleicht da muss ich mal gucken weil ich morgen mich mit einem kollegen treffe vielleicht streame ich dann nicht so lange aber sonst schönen abend dir ich dann bye bye schlaf gut genau schlaf gut und gute nacht und ja gut ja ö Nein. Nein, nein, nein. 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 Oh. Nein. 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 So, ich befürchte, dass das hier nicht funktionieren wird, genau. Dann kriegt der das nicht, dann wird der direkt angeschlossen. Aber bei den anderen kann ich hier unten noch so ein Ding da dran machen. Dann folgen die nämlich eher dem Verlauf der Schräge. Ja. 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 Okay. Okay. Das einzige, was nervig ist, ist, dass wenn ich so viele Streckenabschnitte habe, ich jeden einzelnen einfärben muss. Okay, das ist wirklich nervig. Und auch jede Rohrhalterung muss vorher eingefärbt werden. Ja, dass du nicht irgendwie sagen kannst, mach den kompletten Rohrabschnitt. Ja, ich weiß, dass du sagen kannst, dass er direkt in einem gewissen Material und einer gewissen Farbe, also Material kannst du auf jeden Fall einstellen, dass du direkt in Beton quasi baust. Mhm. Aber ich weiß erstens nicht mehr, wo das ging und zweitens ändert das nicht das Problem mit der Farbe. Nee. So, jetzt bin ich auf der Höhe. So, jetzt bin ich auf der Höhe. Das war's. 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 Ja, weil sie das einfach ein bisschen komisch verhalten hat, weil ich hab einfach nur sieben gedrückt. Und da war's. Das war's. Teufelszahlen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, das war's. 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 Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. 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 Was ist das? Okay, hier stimmt das. Dann habe ich mich nur da oben, da vorne vertan. Eins, zwei. So, mal gucken, ob das funktioniert. Eins, zwei. Oh ja. Ich mag Dinge, die funktionieren. Ah, es funktioniert. Aber, ich glaube, jetzt nach einer Zeit spielen, kann ich definitiv sagen, die, wie heißt das gleich noch? Die Wandmaterialien, die backen hart aus. Mhm. Oder? Ja. Auch wenn du die Wände einfärbst, also, ja. Ja. Okay. Oh, nice. Man sollte ja meinen, dass ich es nach der ganzen Zeit, wo ich jetzt mit den Rohren arbeite, geschafft hätte, mir diese in die Schnellleiste zu legen. Aber nein, definitiv nicht. Nicht? Nein. Oh, verdammt. Rohr Nummer zwei geht runter in die Fabrik. Ach, guck mal, da sind die Spinnen wieder. Ich weiß nicht, dass das jetzt Katzenbilder sind. Macht es halt absolut nicht besser. Oh Gott. Ich glaube, die Katzenbilder würden mich eher verstören. Hm. Was soll das denn da jetzt passiert? Hm. Okay. So. Erstmal unbeholfener Kram ist fertig geworden. Okay. 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 Oh, wait. Oh, je recyc个. Oh ja. Ah. Sieht das kacke aus. Oh, die miauen dann auch. Was soll? Irgendeiner von denen müsste sich noch bewegen. Ich sehe nur drei. Ich habe vier gesehen. Ja, ja, vier Katzenbilder, aber einer von denen lebt noch. Oh. Ja, ähm. Der da hat gelebt. Jetzt nicht mehr. Schauber. Klaubeer. So, Pipeline-Stütze. Eins, zwei. Dann brauche ich noch eine. Eine da. So, gut. Eine hier. Und theoretisch. Tisch. Eine hier. So, das wird jetzt hier wahrscheinlich... Ach, das geht sogar. Das war's. Das war's. Ja. Und das war's. Ja. Das war's. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Jetzt noch anmalen. Oh ja, ich habe etwas total Wichtiges vergessen. Anmalen? Nee. Aber das ist auch total Wichtiges. Äh, was anderes. Ah, wunderschön. Das hier. So, und jetzt kann ich nämlich... Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht Fettfinger dabei... Den ganzen Scheiß hier wieder wegmachen. Deswegen verzeiht es mir bitte, wenn ich das jetzt einzeln wegmache, jede Wand. Äh, ich habe Angst, Sachen wegzumachen, die besser dableiben sollten. So. Die Rohre gehen jetzt hier raus. Das ist... Das ist... Das ist... Oder sage ich, dass ich hier... Dass ich das hier komplett hinter Wänden verstecke. Ja, das kannst du ja überlegen, ne? Hm. So, was muss ich jetzt hier reinschmeißen? Oh, ich brauch schon wieder Quarz. Oh, ich brauch schon wieder Quarz. So, und dann kann ich ja hier noch so eine Halbwand drauf machen. Bestimmt. Hm, auf jeden Fall kann ich das machen. So, und da kommt dann das Fundament drauf. Oh. So, dann ist das nämlich gleich hier alles wunderschön hinter einem Betonklotz versteckt. Neben noch mehr Betonklützen. So. So, hier ist dann wieder das gleiche. Aber gut zu wissen, dass ich die Dinge auch stapeln kann. Hm. So. 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 So, hier noch das Dach drauf, dann noch alles anmalen und dann sind die Rohre schön versteckt. Hm, mach ich hier Beton oder? Also nur ich. Und dann nehme ich Stahl. Ich glaube, ich bleibe bei Beton. Wenn ich jetzt auf einmal mit was anderem anfange, jetzt sieht es irgendwann komisch aus. Das ist noch, das ist noch, das ist noch. Habe ich doch tatsächlich eine Wand vergessen. Das ist schlecht. Hm. So, dann nochmal Betonwände. Hier habe ich schon alles angemalt. Hier habe ich schon alles angemalt. So. Wunderbar. Fertig. Rohre sind verlegt und versteckt. Ja, sauber. Ähm. Ich würde jetzt aber auch Feierabend machen. Was? Ja, ich muss morgen um neun aufstehen. Äh, warum bist du noch wach? Äh, weil ich Sachen fertig machen wollte. Verständlich. Aber ich glaube, ich würde dann jetzt, würde mich anschließen. Und dann mache ich morgen hier die Gewehrmunition und den Nobilisten fertig. Hm, und ich, äh, ja. Du guckst morgen. Werde morgen offscreen, äh, ja, das hier fertig. Also weitermachen. Weitermachen. Von fertig kann nicht die Rede sein. Das wird morgen definitiv nicht fertig werden. Hm. Wobei ich morgen halt auch nicht irgendwie zwischendurch in den Chat gucke, sondern einfach dumm vor mich hin baue. Jo, why not? Ja. Wunderbar, dann, äh, ja. Ja. Ich würde dann zu dir rüber raiden, oder? Warte mal, ich muss erst mal gucken, ob ich jetzt gerade irgendjemanden... Nee. Nee. Es sind sowieso noch wir beide da, glaube ich. Ah, ja. Deswegen. Okay, das passt dann. Allgemeine Abschiedsfloskel kommt trotzdem noch. Danke fürs Zuschauen. Hm. Äh, hier geht's Dienstag weiter. Oder? Ja. Oder... Bei mir? Vielleicht Sonntag. Vielleicht spiele ich Sonntag auch... Äh, nee. Morgen ist Sonntag. Äh, morgen muss ich mal gucken. Morgen werde ich definitiv spielen. Aber Montag werde ich vielleicht nochmal eine Runde Goshik spielen. Hm. Mhm. Ja, und, äh, ich werde Dienstag dann hier weiter streamen und hoffentlich schon etwas vorzeigen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag wieder, beziehungsweise morgen oder Montag bei, bei dir. Genau. Mal gucken. Mann. Hallo. Ich hoffe alle, puedo... Ich hoffe alle eine gute Nacht und bis DIN, Bye, Bye. Bye, Bye, Bye. Bye, Bye, Bye. Bye, 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 Bye. Vielen Dank.